Hallo meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder eine Sammlung und zwar von Theodor van Haleken mit ganzen 13 wunderschönen bezaubernden Märchen. Seine Geschichten stammen aus derselben Zeit wie die der Brüder Grimm, sie sind auch vom Stil her vergleichbar, nur sind sie eben weniger bekannt. Deshalb gibt es garantiert auch nicht nur eine, sondern es wird mehrere Sammlungen von ihm geben. Und wenn ihr die auf keinen Fall verpassen wollt, dann klickt noch schnell auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Der kleine Schneider Es war einmal ein armer Taglöhner, der sich mit seiner Frau und seinen drei Kindern nur kümmerlich durchbrachte. Als der älteste Sohn 14 Jahre alt war, kam er zu einem Schlosser in die Lehre. Ebenso der zweitälteste. Als er aber an den jüngsten namens Hans die Reihe kam, war er noch viel zu schwach, um in die Lehre zu gehen und musste also einstweilen seines Vaters Gänse hüten. Eines Tages kam ein altes Weib zu den Tagelöhners Leuten, mit welchen sie bekannt war. Dieses Weib stand im Rufe einer Zauberin und die Mutter fragte sie deshalb, was sie mit dem kleinen Hansel anfangen sollte. Die Alte sagte, Ja, was? Lasst ihn ein Schneider werden. Das ist ein Handwerk, was einen goldenen Boden hat. Und wisst ihr was? Da habt ihr einen kleinen Fingerhut, den gebt dem Hans. So, und jetzt behüt euch Gott. Mit diesen Worten gab sie der Mutter einen kleinen Fingerhut, welche diese dem gerade vom Gänsehüten heimkehrenden Hans übergab. Er bedankte sich bei der alten Frau und diese gab ihm, über den großen Dank erfreut, auch eine Schere und befahl ihm, nie mit einer anderen Schere oder einem anderen Fingerhut zu arbeiten, als mit dem Ehrigen. Schon in der nächsten Woche kam Hans zu einem Schneider im Dorfe. Weil er den bezauberten Fingerhut hatte, so konnte er das Nähen bald besser, als es je ein Schneider gekonnt hatte. Jetzt sollte er auch das Zuschneiden lernen. Das ging nun mit seiner Schere auch recht gut, und darum war er von seinem Lehenhahn freigesprochen. Er kam in die nächste Stadt, wo ihn aber niemand aufnehmen wollte, denn er war so klein wie ein sechsjähriger Knabe. Endlich fand er bei einer Schneiders Witwe Arbeit. Die machte ihn bald wegen seiner Geschicklichkeit zum Werkführer über ihre zehn Gesellen. Diese wollten Schier vor lauter Neid zerplatzen, denn sie waren viel älter und schon lange bei der Witwe im Dienste. Sie sprachen also zueinander, »Wir müssen diesem Gelbschnabel einen Possen spielen, denn das leiden wir nicht, dass der kleine Stärzel unser Altgeselle ist.« Sie hatten bemerkt, dass Hans nie mit einer anderen Schere als der seinigen schnitt, und sie nahmen sich deshalb vor, diese ihm zu entwenden und selbst zu benutzen. Gedacht, getan. Einer der Gesellen nahm ihm eines Tages die Schere und schnitt damit einen Rock zu. Er spürte bald, wie die Schere von selbst fort und fort zuschnitt und seine Hand nachzog. Aber, oh Schrecken, als er den Rock entfaltete, war es sein Rock für einen Buckligen, und der eine Ärmel war um eine halbe Elle länger als der andere. Fluchend und scheltend warf er die Schere weg und verabredete sich mit seinen Kameraden, den Hans wegen Hexerei zu verklagen. Hans aber witterte das und entfloh. Als er schon ein paar Tagreisen zurückgelegt hatte, kam er in eine Stadt, in welcher alle Leute in Mehlsäcke gekleidet waren. Er trat unter das Stadttor und wurde von einem Paare solcher in rote Mehlsäcke gekleideter Männer gepackt und in ein Haus vor eine Versammlung von Männern geschleppt, die in schwarze Mehlsäcke gekleidet waren. Einer derselben schlug mit der Faust auf den Tisch, dass alles krachte und er schrie, »In welcher Kleidung kommst du in diese Stadt? Und wer bist du?« Hans sagte, »Ich bin ein Schneider, und was meine Kleidung betrifft, so ist sie nach der neuesten Mode.« »Unglücklicher«, schrie der Richter, »denn ein solcher war es. Weißt du denn nicht, dass jeder, der diese Stadt betritt, einen Sock anhaben muss und dass du wegen Übertretung dieses Gesetzes einhundert Stockstreicher bekommst? Und weißt du nicht, dass jeder Schneider, der diese Stadt betritt, um die Königstochter mit einem Riesen kämpfen muss?« »Ja, wie soll ich denn das wissen?«, sagte Hans verblüfft. »Unwissenheit entschuldigt nicht«, entgegnete der Richter. »Du musst mit dem Riesen kämpfen. Die Prügel aber werden dir erlassen, denn du wirst ohnehin im Kampfe mit dem Riesen dein Ende finden.« »Ach, auch gut«, dachte Hans, »wieder etwas erspart.« Jetzt wurde er von zwei Soldaten ins Gefängnis geführt, wo er bis zum nächsten Tage bleiben sollte. Der Gefangenenwärter fühlte erbarm mit dem kleinen Schneiderlein und blieb bei ihm die ganze Nacht auf, indem er mit ihm plauderte. »He?«, fragte Hans, »jetzt sag mir einmal, warum geht's dir denn da in Säcken herum? Und warum sind denn die Schneider bei euch so verhasst? Ich begreife gar nicht, was es für ein Verbrechen ist, das ehrsame Schneiderhandwerk zu betreiben.« »Nun«, sagte der Gefangenenwärter, »ich will's dir gleich erzählen. Unsere frühere Königin war sehr eitel, und diese Eitelkeit ging so weit, dass sie alle sieben Tage neue Kleider anzog. Obwohl das schrecklich viel Geld kostete, hätte es doch nichts gemacht, wenn nicht der Luxus auf die Königin ihrer Tochter übergegangen wäre. Diese trieb es aber noch viel ärger als ihre Mutter, denn sie tat den ganzen Tag nichts als Kleider an- und ausziehen. Da riss dem Könige die Geduld, er jagte die Königin davon, sperrte die Tochter in einen Turm und ließ sie von einem Riesen bewachen. Dann gab er das Gesetz heraus, dass alle Bewohner Säcke tragen sollten, und vertrieb die Schneider als die Urheber seines Unglückes aus seinem Reich und verbot ihn, je wiederzukommen. Am anderen Morgen ging schon in aller Frühe Hans von Heschern und Soldaten begleitet zum Walde. Als sie so nahe gekommen waren, dass sie den Riesen schnarchen hörten, verließen die Hescher den Hans und sagten ihm, er solle nur gerade fortgehen. Auf einmal stand das alte Weib, das ihm Fingerhut und Schere gegeben, vor ihm und sagte, »Hier, da hast du einen Igel und einen Vogel. Gib acht auf beide, du wirst sie alle zwei noch recht gut brauchen.« Sie sprach es und verschwand. Hans ging indessen weiter, bis er plötzlich das Riesen Stimme hörte und dessen gräuliche Gestalt hinter einem Baume hervortreten sah. »Du älender, kleiner Knurps! Du willst dich mit mir messen? Nun gut, sieh einmal, wer die Kugel weiterschieben kann, du oder ich. Hier ist deine Kegelbahn!« Und er nahm eine Kugel aus dem Sack und schob sie weit, weit fort. Aber Hans ließ seinen Igel laufen, und der ließ nicht eher nach, bis er vor der Kugel des Riesen war. »Nun ja, das hättest du gewonnen. Jetzt komm hierher. Siehst du, dieser Turm, da hat fünfzehn Stockwerke, und an das letzte treffe ich.« Er warf aber seinen Stein nur in das zwölfte Stockwerk. »So, nun wirf du auch!« Und Hans ließ seinen Vogel auffliegen, und dieser flog weit über den Turm hinweg. »Das hättest du auch gewonnen. Jetzt gilt's nur, wer höher springt,« sagte der Riese und sprang über eine Eiche. »So,« sagte Hans, »jetzt sei so gut und biege mir diese Pappel um, damit ich sie messe.« Der Riese bog sie um, und Hans hielt sich am Gipfel derselben fest. »Kannst schon auslassen,« rief er dem Riesen zu. »Ich weiß schon, wie lange sie ist.« Der Riese ließ los, und Hans flog von der Pappel emporgeschnellt über einige Bäume, die höher waren als die Eiche, über die der Riese gesprungen war. Da rief der Riese, »Du hast dir das Leben gerettet und noch dazu die Königstochter gewonnen.« Dann hob er Hansen in die Höhe, sodass er im dritten Stockwerke durch ein Fenster die Königstochter erblicken konnte. Er spazierte auch gleich durch das Fenster hinein, und als dann gingen beide Hans und die Königstochter zum Könige und erzählten ihm, dass der Riese überwältigt worden sei. Der König trat Hans das Königreich ab, und Hans lebte mit seiner Frau noch lange Jahre. Aber was hat der neue König mit den Wunderdingen getan? Mit der Schere hat er aus bösen Menschen Gute geschnitten, und mit dem Fingerhut hat er seine Soldaten die abgehauenen Köpfe, Arme und Füße wieder angenäht, und alle waren dann wieder so frisch und gesund wie vorher. Tja, und wer's nicht glauben will, kann's bleiben lassen. Der blöde Peter Es war einmal ein Knabe, den man allgemein den blöden Peter nannte. Seine Eltern waren frühzeitig gestorben, und so war er aufgewachsen, ohne etwas gelernt zu haben. Er verstand nur, wie ein Singvogel zu schlagen, und armte den Gesang der Lärchen täuschend nach. Eines Tages hatte Peter einen gewaltigen Hunger. Er ging deshalb in ein Bauernhaus und begehrte zu essen. Die Bäuerin gab ihm auch die Überreste der Mahlzeit, die er auf der Erde sitzend aß. Und plötzlich kam ein Reiter daher, hielt bei dem Bauernhause an und fragte, welcher Weg nach der Burg führe, die der stärkste Riese der Erde bewohne. »Was wollt ihr in der Burg machen?«, fragte die Bäuerin, die von der Burg wusste. Der Reiter erwiderte, »Die goldene Schale holen, welche die Kraft hat, das Kranke genesen, wenn sie aus ihr trinken, und das Tote wieder erwachen, wenn man die Schale an ihre Lippen hält. Dann die Diamantinne Lanze, die alles zerbricht und tötet, was man damit berührt.« »Wem gehört denn jene Burg?«, fragte Peter. Und die Bäuerin gab zur Antwort, »dem Riesen, einem Zauberer. Es wohnt bei ihm noch ein Bruder, der ebenfalls ein Zauberer ist.« Der Reiter aber sprach, »Mir hilft der Feind des Zauberers, jener hat mir alles gesagt, was ich tun soll.« »Was hat er euch denn gesagt?«, fragte Peter. »Er hat mir gesagt,« erwiderte der Reiter, »zuerst müsse ich durch einen verzauberten Wald reiten, dann treffe ich auf einen Zwerg, der ein feuriges Schwert hat und einen Apfelbaum voller goldener Früchte bewacht, von welchem ich eine haben muss. Dann finde ich die lachende Blume, die ein Löwe bewacht. Diese Blume muss ich pflücken und durch den Drachensee schwimmen und mit dem Riesen kämpfen, der eine Kugel hat, die nie ihr Ziel verfehlt. Nachher komme ich in einen Lustgarten, darf mich dort aber nicht verleiten lassen. Dann muss ich durch einen Fluss, an dessen anderen Ufer ich ein Weib finde. Das setze ich hinter mich aufs Pferd und sie sagt mir dann, was ich weiter zu tun habe.« Die Bäuerin zeigte dem Reiter den Weg und er verschwand bald hinter den Bäumen. Da kam der Bauer nach Hause und fragte den Peter, ob er bei ihm bleiben wolle, um das Vieh zu hüten. Peter sagte ja und er ward nun Viehhürte. Eines Tages sah er einen Riesen daher reiten, der hatte eine diamantene Lanze und Peter hielt sie sogleich für die, von welcher der Reiter gesprochen hatte. Hinter dem Riesen lief ein Füllen. Peter sah weiter nicht darüber nach und es verging mehrere Tage. Da kam eines Abends ein alter Mann und blieb bei dem Walde stehen. Peter ging auf ihn zu und fragte, »Wer seid ihr?« Der Mann antwortete, »Ich bin ein mächtiger Zauberer und mein Bruder ist ein Riese.« Er machte dann in den Sand einige Kreise und murmelte mehrere Worte und zugleich erschien das Füllen, das Peter früher gesehen hatte. Der Mann schwang sich auf dasselbe und jagte in den Wald. Unserem Peter kam das Sonderbar vor, aber er sagte keinem Menschen etwas von dem Gesehenen. Er versuchte ebenfalls, das Füllen herbeizuzaubern. Er machte deshalb ein paar Kreise in den Sand und murmelte einige Worte, aber das Füllen erschien nicht. Als nun Peter den Riesen am nächsten Tage wieder in dem Wald reiten sah, bekam er Lust, auch einmal nach jener Burg zu gehen. Er hielt deshalb immer einen Zaum samt einer Schlinge bereit, füllte einen Sack mit Federn und Vogelleim und streute auch auf den Weg Brotkrum, um das Füllen aufzuhalten, da er hoffte, dass der Riese am nächsten Tage wieder vorbeireiten werde. Der Riese erschien auch. Das Füllen roch die Brotkrum, blieb zurück und verzehrte diese. Als der Riese weit genug entfernt war, warf Peter dem Füllen geschwind den Zaum um und ließ sich von dem Füllen durch den verzauberten Wald tragen. Bald erreichte Peter die Wiese, auf welcher der Apfelbaum stand. Diesen sah er von einem Zwerge bewacht, der ein feuriges Schwert hatte, welches alles vernichtete, was es berührte. Als der Zwerg den Peter sah, stieß er einen Schrei aus und schwang sein Schwert. Peter aber zog die Mütze und sprach zu dem Zwerge, »Ich will nach der Burg, weil mich der Herr derselben bestellt hat.« »Wer bist du denn?«, fragte der Zwerg. »Ich bin der blöde Peter, ein Vogelfänger, und muss nach der Burg, um Sperlinge zu fangen, denn der Herr derselben hat mich bestellt, und er gab mir darum sein Füllen.« Der Zwerg erkannte das Füllen des Riesen und dachte, es müsse wohl wahr sein, und sprach zu ihm, »Nun, wenn du ein guter Vogelfänger bist, so fange mir einige, denn ich habe hier auch viele Sperlinge.« Peter stellte sich nun, als ob er das Füllen an den Baum binden wollte. Statt des Füllens aber band er die Schlinge an einem Zweig fest und rief dem Zwerg, »Er solle das andere Ende der Schlinge halten.« Der Zwerg tat dies, Peter stieg auf den Baum, zog die Schlinge zu, und der Zwerg war gefangen. Peter pflückte geschwind einen Apfel, sprengte davon und ließ den an den Baum gebundenen Zwerge zappeln. Nach einigen Stunden kam er auf eine Wiese, auf der es viele schöne Blumen gab. Aus der Mitte der Blumen ragte eine besonders schöne hervor. Diese war die Lachende. Der Löwe, der diese Blume bewachte, lief sogleich von dem Felde her und zeigte Peter seinen Rachen. Peter zog seine Mütze, grüßte den Löwen und fragte, ob dieser Weg nach der Burg führe. »Und was willst du denn dort?«, fragte der Löwe. »Ich muss dem Herrn der Burg einen Sack voll Lärchen bringen.« Der Löwe fragte abermals, »Wie viel hast du denn?« »Den ganzen Sack voll«, erwiderte Peter und zeigte dem Löwen den Sack, welchen er mit Leim und Federn gefüllt hatte. Dann fing er an, den Gesang der Leichen nachzuahmen, und dieses täuschte den Löwen noch mehr. »Zeige mir doch die Vögel«, sagte der Löwe. »Ich will sehen, ob sie für unseren Herrn auch fett genug sind.« »So gern«, versetzte Peter. »Aber wenn ich den Sack öffne, so fliegen sie mir davon.« »So lass mich wenigstens ein wenig hineinschauen.« Peter nahm den Sack, öffnete ihn ein wenig, und der Löwe fuhr gierig mit dem Kopfe hinein, blieb aber zwischen dem Leime und den Federn stecken. Peter lief nun schnell nach der lachenden Blume, pflückte sie und jagte davon. Als dann kam er zu dem Drachensee, den er durchschwimmen musste. Sogleich kamen die Drachen und öffneten ihre ungeheuren Rachen, um ihn zu verschlingen. Peter aber nahm schnell den aufbewahrten Speck aus der Tasche, warf jedem ein Stück in den Rachen und schwamm hurtig durch den See. Als Peter an das andere Ufer des Sees kam, erblickte er sogleich den schwarzen Riesen mit der Kugel. Er saß an einem Felsen, seine Füße waren an demselben festgeschmiedet, und in der Hand hielt er die Kugel. In seinem großen Kopf hatte er sechs Augen. Zum Glück für Peter waren gerade die zwei Augen geschlossen, welche nach ihm die Richtung hatten. Peter stieg vom Füllen und verbarg sich hinter einem Gebüschung und fing nun, wie eine Lerche zu singen, an, wobei dem Riesen ein Auge zufiel. Darauf ahmte er den Schlag der Nachtigall nach, und es fielen dem Riesen noch zwei Augen zu. Dann pfiff er ein Liedchen auf seiner Pfeife, und das letzte Auge des Riesen schloss sich ebenfalls. Schnell eilte Peter zu seinem Füllen, zog es vor dem Riesen vorbei und gelangte so zu dem Lustgarten. Dies war ein Garten, voll von schönen Früchten, Blumen, und an jedem Ende des Gartens standen gedeckte Tafeln, voll der köstlichsten Speisen. Peter zog aber sogleich seine Mütze über die Augen und gelangte sofort. Nun musste er auch noch einen Fluss durchschwimmen. Am anderen Ufer saß ein Weib, das war schwarz gekleidet und ihr Gesicht war gelb. »Komm näher«, sagte sie, »dass ich mich zu dir auf das Pferd setzen kann.« Peter ließ es geschehen und fragte, »Wie heißt ihr denn?« »Pest«, versetzte das Weib. Peter erschrak und wollte sich in den Fluss stürzen. Die Pest aber sagte, »Bleib nur ruhig sitzen, denn ich helfe dir ja, dass der Zauberer stirbt. Du musst ihm den Apfel geben, den du von dem Baume gepflückt hast, der vom Zwerge bewacht war. Er wird davon kosten, dann berühre ich ihn und der muss sogleich sterben. »Wie bekomme ich aber dann die Lanze und die Schale?«, fragte Peter. »Die lachende Blume, welche du besitzest, öffnet dir alle Türen und selbst die eiserne Tür, welche das Zimmer schließt, in der die Lanze und die Schale liegen«, erwiderte das Weib. Endlich erreichten sie die Burg. Der Zauberriese lag unter einem Throne und rauchte. Als er den Peter sah, rief er, »Was? Der blöde Peter reitet auf meinem Füllen?« »Ja«, antwortete er, »ich bin es. Dein Bruder gab mir das Füllen, um dir zwei Geschenke zu bringen, nämlich einen Apfel und dieses Weib, welches auf dem Pferde sitzt.« Peter ließ sie absteigen und gab dem Riesen den Apfel. Der Riese aß sogleich von dem Apfel, da eilte die Pest hinzu, berührte ihn und der Riese sank tot zu Boden. Peter aber durchwanderte alle Säle der Burg und kam endlich zu einer eisernen Tür. Diese sprang vor der lachenden Blume auf, die er in der Hand hielt, und er fand dort die Schale und die Lanze. Während er beides aufhob, erbebte die Erde, und die Burg war verschwunden. Peter befand sich in einem dichten Walde, er ging weiter, und bald erreichte er eine Stadt. Der König derselben war vom Feinde belagert und versprach dem, welcher die Stadt retten werde, seine Tochter. Peter ging sogleich zu dem Könige und erhielt die Erlaubnis, am Kampfe teilzunehmen. Er stellte sich sogleich an die Spitze des Heeres und alles fiel, was er mit seiner Lanze berührte. Wenn aber einer von den Seinigen gefallen war, so eilte er hin und hielt ihm die goldene Schale an die Lippen, und augenblicklich stand der Tote wieder auf. So trugen sie den Sieg über ihre Feinde davon. Peter hielt die Königstochter zur Gemahlin und wurde König über das ganze Land. Der Wunderschimmel In einem Städtchen wohnte vor Zeiten ein armer Mann. Die Arbeit ging ihm aus, und er geriet dadurch in das äußerste Elend. Eines Tages ging er in einen nahegelegenen Wald und wollte sich erkundigen, ob ihn der Jäger nicht als Holzfäller brauchen könne. Doch er bekam eine abschlägige Antwort und wollte eben trostlos heimkehren, als ihm ein Weidemann begegnete, der ganz grün gekleidet war, und der fragte, warum er so traurig sei. Da klagte ihm der Mann seinen Not. Der Jäger erwiderte, »Wenn du mir gestattest, das in neun Jahren zu holen, was du heute zu Hause finden wirst, so gebe ich dir ein Säckchen voll Goldstücke.« Der Mann ging den Handel ein und musste auch sein Versprechen schriftlich geben, wogegen er Goldstücke erhielt. In der Stadt angekommen, hörte er, sein Weib habe einen Sohn bekommen, und nun erst erkannte er das Sündhafte seines Versprechens. Die neun Jahre verging und am Schluss des letzten stellte sich der grüne Jäger ein, welcher den unterweil schön herangewachsenen Knaben namens Ferdinand mit sich fortnahm, ohne den Eltern zu sagen, wohin er ihn führen wolle. Darüber gerieten sie in großer Angst. Der Jäger brachte den Knaben in ein fremdes Land, wo er einen Palast hatte, den ein schöner Garten umgab. Sobald sie dort angelangt waren, zeigte der Grüne seinem Schützling alle schönen Sachen in Schloss und Garten und sagte zu ihm, »Überall darfst du hingehen, nur nicht an den Teich, der dort vom Gesträuch umgeben ist.« Der Knabe merkte sich die ihm bezeichnete Stelle recht gut. Einige Tage darauf verließ ihn sein Pflege, indem er vorgab, zu verreisen. Dem Jungen ging nichts ab, da die Dienstleute für ihn sorgten. Er ging durch Schloss und Garten, bis er einmal zufälligerweise in die Nähe des bezeichneten Teiches kam. Von Neugierde geplagt schlüpfte er durchs Gebüsch und bemerkte in dem vor ihm liegenden Wasser viele tausend Goldfische. Er wollte einen dieser fangen, doch kaum hatte einer seiner Finger die Flut berührt, so war er ganz vergoldet. Er versuchte, das Gold herunterzukratzen, doch alles war vergebens. Da umwickelte er das vergoldete Glied seiner Hand mit einem Tor. So lief er zurück und begegnete seinem Pflegevater, der sogleich den verbundenen Finger bemerkte. Der riss die Hülle weg, peitschte Ferdinanden zur Strafe für sein Vergehen und klopfte mit einem kleinen Hammer auf den Finger, worauf sich das Gold loslöste. Nach einiger Zeit verreiste der grüne Jäger wieder und verbot dem Knaben, das letzte Zimmer im Schlosse zu betreten. Kaum war er einige Zeit fort, so ging Ferdinand neugierig hinein. Hier traf er einen Mann, den er als seinen Großvater erkannte und der ihm eine Bürste, einen Kamm und einen gläsernen Krug mit den Worten gab, »Nimm diese drei Dinge mit, sie werden dir einst, wenn du in Not bist, von Nutzen sein.« Ferner sagte er ihm, »Geh in den Stall, dort wirst du einen fleckenlosen Schimmel sehen, zu dem sage, »Schimmel, mit uns ist's aus.« »Und darauf wird er dir antworten.« Ferdinand tat, wie ihm anbefohlen war. Als er zu dem Pferde jene Worte sprach, erwiderte es, »Setz dich auf!« Ferdinand schwang sich auf dessen Rücken und pfeilschnell setzte das Ross über die Gartenmauer und eilte mit ihm fort. In ununterbrochenem Laufe trug das Tier seinen Reiter und als dieser schon mehrere Stunden lang über Berg und Tal geritten, sagte der Schimmel zu ihm, »Schau dich um, ob er uns schon erreicht hat!« Ferdinand sah sich um und gewahrte den ihn nacheilenden grünen Jäger. Das teilte er dem Pferde mit, welches erwiderte, »Wirf deine Bürste weg!« Er tat es. Und sogleich erhob sich hinter ihn ein dichter Wald, welcher dem Verfolger den ebenen Weg versperrte. Wiederum trug das Ross seinen Reiter einige Stunden im schnellsten Laufe fort und ermahnte ihn dann abermals, sich umzudrehen. Da gewahrte er wieder von Weitem den Nachsitzenden. Das Pferd forderte ihn nun, auf den Kamm wegzuwerfen. Nachdem er dies getan, entstand hinter ihm ein großer Teich und der Verfolger musste sich erst um ein Fahrzeug umsehen, während Ferdinand auf seinem braven Tiere schnell vortritt. Nach einer Weile musste er sich zum dritten Mal umsehen und jetzt, da der grüne Jäger schon sehr nahe war, den gläsernen Krug wegwerfen, worauf ein gläserner Berg entstand, über welchen der Verfolger nicht mehr gelangen konnte. Gegen Abend kam sie in einem Dorfe an, in dessen Nähe sich das Lustschloss des Königs befand. Als Ferdinand abstieg, sagte sein Pferd zu ihm, »Du bist nun einen Tag geritten und hast während dieser Zeit zehn Jahre deines Lebens zurückgelegt.« Ferdinand stellte das Ross in einen Stall. Es gab ihm dann Geld und ein Kleid, auf welchem silberne Sterne gestickt waren, und sprach zu ihm, »Verdinge dich bei dem Gärtner jenes Schlosses, aber unter dem Vorbehalt, dass du nur des Nachts zu arbeiten brauchst.« Das tat Ferdinand auch. Man nahm ihn auf, und sobald es dunkel wurde, zog er sein Sternengewand an und arbeitete mit leichter Mühe. Alles, was er pflanzte, gedieh am besten, und er wurde darum auch öfter von seinem Herrn gelobt. Am Tage fand er sich in der Schenke ein, um das treue Tier zu sehen und mit ihm zu sprechen. Abends kehrte er ins Schloss zurück, um seinem Geschäfte nachzugehen, bei dessen Verrichtung er gewöhnlich muntere Lieder sang. Die Königstochter hörte ihm immer zu, und der schöne Jüngling machte auf ihr Herz einen großen Eindruck. Eines Tages geschah es, dass alle Ärzte des Landes zusammenberufen wurden, da der König schwer erkrankt war. Keiner von ihnen kannte ein Heilmittel für den König, da erklärte endlich ein alter Mann, durch den Genuss von Wolfs-, Bären- und Hirschenmilch, könne der Kranke genesen. Der alte Mann war am anderen Tage verschwunden, ohne die Arznei zu bringen, und der König schickte seine Jäger aus, diese Milcharten zu suchen. Aber alle kehrten unverrichteter Sache wieder zurück. Da versprach der König, demjenigen seine Tochter zu geben, der ihm das Verlangte bringe. Ferdinand und zwei andere Gärtnerburschen, welche ihm Dienste waren, beschlossen auszuziehen, um die drei Milcharten zu bringen. Ferdinand besprach sich mit seinem Schimmel darüber. Dieser trug ihn in den Wald, wo sich sogleich eine Wölfin einstellte und von ihm melken ließ. Auf dem Heimwege begegneten ihm seine beiden Dienstgenossen, welche trostlos waren, da sie ihren Weg umsonst gemacht hatten. Sie baten ihn, er möchte ihnen einen Teil seiner Milch geben. Anfangs weigerte er sich und sah fragend seinen Schimmel an. Da dieser aber bejahend mit dem Kopf nickte, so gab er jedem ein Drittel. Des anderen Morgens zogen die drei Burschen abermals aus und Ferdinand erlangte wieder die Beerenmilch, welche er auch mit ihnen teilte. Dasselbe geschah am dritten Morgen mit der Hirschenmilch. Nun gerieten sie aber in Streit, welcher von ihm dem Könige die Arznei bringen solle. Ferdinand, welchem der Schimmel geraten hatte, sagte, »Wir wollen losen.« Dabei fiel ihm das Kleinste los zu, und er war demnach der Letzte. Er mohrte zwar darüber, allein sein Pferd tröstete ihn und sprach, »Der erste Überbringer der drei Milcharten wird den König so wenig heilen als der Zweite.« Und so geschah es auch. Die beiden Gärtnerburschen wurden, der der Fürst nach dem Genuss ihres gebrachten Gemenges nicht genass, nacheinander ins Gefängnis geworfen. Da übergab Ferdinand sein Milchgemisch, und der Landesherr war in kürzester Zeit gesund. Nun wollte aber der Genesene sein Versprechen nicht halten und Ferdinanden mit Geld abspeisen. Das nahm er aber nicht an. Als endlich die Prinzessin ihren Vater selbst bestürmte, gab dieser nach, und Ferdinand heiratete sie. Die Festlichkeit dauerte vier Tage, während welcher Zeit der Bräutigam seinen Schimmel nicht besuchte. Als er wieder hinabkam, bat ihn derselbe, ihm den Kopf abzuhauen, was Ferdinand nicht tun wollte. Endlich überredete ihn dennoch das treue Tier, und er hieb demselben mit seinem Schwerte, das er jetzt immer bei sich trug, den Kopf ab. Der Schimmel fiel zusammen, und aus seinem Rumpfe flog eine weiße Taube, welche in wenigen Augenblicken verschwunden war. Als dann ließ der Königseidam seine Eltern zu sich kommen, welchen ihn schon lange als tot beweint hatten. Und nach dem Ableben des alten Fürsten wurde Ferdinand König und beglückte noch lange seine Untertanen. Der Zaubertopf und die Zauberkugel In einem Dorfe lebte vor Zeiten ein armer Kirchendiener, der nur mit Mühe sein und seiner Familie Leben fristete. Seine Frau handelte mit Eiern, die sie nach der nahegelegenen Stadt trug, wo sie für den Erlös Nahrungsmittel kaufte. Aber plötzlich verlor sie fast alle Hühner, und sie sah sich genötigt, auch das letzte noch zu verkaufen. Am nächsten Morgen ging sie nach der Stadt, mit einem Korb auf dem Rücken, in welchem sich die Henne befand. Sie musste über einen steilen Berg gehen und setzte sich unterwegs nieder, um ein wenig auszuruhen. Plötzlich sprang aus dem Gebüsch ein Männchen hervor, welches einen großmächtigen weißen Bart hatte. Es trat näher zu der erschrockenen Frau und fragte, wohin sie gehe. Sie antwortete, nach der Stadt, um eine einzige Henne zu verkaufen. Das Männchen erwiderte, wenn du willst, so gebe ich dir einen Topf für die Henne. Die Frau lachte über diesen Antrag und sagte, du musst nicht glauben, dass ich nicht wisse, was ein Topf und eine Henne wert ist. Das Männchen aber entgegnete, lache nicht zu früh, es wird sich erst zeigen, ob die Henne oder der Topf wertvoller ist. Wenn du übrigens nicht willst, zwingen kann ich dich nicht. Die Frau besann sich noch einige Zeit und willigte endlich in den Tausch ein. Das Männchen verschwand und kam nach einiger Zeit mit einem russigen Topfe zurück und sprach, mit diesem Topfe kannst du alles herbeischaffen, was du nur wünschest. Wenn du denselben gebrauchen willst, so stelle ihn in den Schatten. Bedecke ihn und sprich, fülle dich, Topf, und du wirst sehen, dass der Topf gehorcht. Nur hüte dich, denselben je zu reinigen oder von der Sonne bescheiden zu lassen. Die Frau nahm den Topf in Empfang, versprach alle Vorsichtsmaßregeln zu beachten und entfernte sich. Sobald sie zu Hause ankam, wollte sie sich überzeugen, ob der Topf auch wirklich diese Eigenschaft besitze. Sie ging mit demselben in den Schatten, bedeckte ihn und sprach, fülle dich, Topf, mit Milch. Sie nahm den Deckel weg und der Topf war bis an den Rand mit Milch gefüllt. Sie suchte nun ihren Mann auf, um ihm ihr Glück zu erzählen. Lange Zeit hatte der Topf der Familie gute Dienste geleistet, aber nach jedesmaligem Gebrauche wurde er schwärzer und glänzte wie Ebenholz. Die Frau rieb daher eines Tages den schwarzen Topf blank und stellte ihn an die Sonne. Als er trocken war, glänzte er wie pures Gold. Die Frau war darüber sehr erfreut und wollte den Topf ins Zimmer tragen, aber kaum hatte sie die Hand nach dem Topfer ausgestreckt, als sie auch schon einen so derben Schlag erhielt, dass sie ohnmächtig niederstürzte. Als sie wieder zu sich kam, sah sie, dass der Topf verschwunden war. Jetzt erst erinnerte sie sich, dass sie das Gebot übertreten habe und an die Stelle des Überflusses trat wiederum die Not. Deshalb sagte die Frau zu ihrem Manne, er solle auch einmal in die Stadt gehen, vielleicht begegne er jenem Männchen. Der Kirchendiener ging zu seinem Nachbar, kaufte von ihm ein Lamm und trieb es nach der Stadt. Als er auf dem Berge ankam, setzte er sich auf derselben Stelle nieder, wo vor einiger Zeit seine Frau ausgeruht hatte. Er blieb einige Zeit sitzen, aber es wollte sich kein Männchen zeigen. Endlich stand er auf und ging weiter. Da plötzlich rauschte es im Gebüsche und das Männchen stand vor ihm. Wohin eilst du? Der Kirchendiener, der schnell das Kreuz machte, antwortete mit zitternder Stimme, »Ich treibe dieses Lamm nach der Stadt, um es zu verkaufen.« Das Männchen sagte hierauf, »Deine Mühe ist vergebens, denn heute sind so viele Schafe auf dem Markte, dass das Deinige ganz unbeachtet bleiben wird. Aber wenn du willst, so gebe ich dir eine Kugel dafür.« »Aus diesem Tausche kann nichts werden,« sagte der Kirchendiener, »denn, wenn ich mein Lamm verkaufe, so kann ich mir genug Kugeln kaufen.« Darauf sagte das Männchen zu dem Kirchendiener, der sich indes ein wenig gefasst hatte, »Sprich nicht so voreilig. Ich weiß nicht, ob du dir solche Kugeln kaufen kannst, wie ich sie besitze.« »Wenn du aber nicht willst, so behalte dein Lamm. Ich brauche es nicht.« Der Kirchendiener, der jetzt an den Topf dachte, ging endlich den Tausch ein. Das Männchen verschwand und kam nach einiger Zeit mit einer Kugel, die aus Holz zu sein schien. So dann sprach es zum Kirchendiener, »Wenn du diese Kugel gebrauchen willst, so lege sie auf die Erde und sprich, Kugel sei höflich und nimm die Mütze ab. Und du wirst die Wirkung dann schon sehen.« »Jedoch hüte dich, wenn du die Kugel gebrauchst, etwas offen zu lassen.« Der Kirchendiener nahm die Kugel in die Hand, aber er konnte sie kaum halten, so schwer war sie. Er band sie nun in ein Tuch und eilte voller Freude nach Hause. Da selbst angekommen, beschloss er, den Versuch zu machen, schloß alle Fenster und Türen, legte die Kugel auf die Erde und sprach, »Kugel sei höflich und nimm die Mütze ab.« Die Kugel fing an zu rollen und zwar immer stärker und stärker und endlich teilte sie sich in zwei Teile und eine Menge kleiner Männlein hüpften aus derselben heraus und bedeckten den Tisch mit goldenem Geschirr und köstlichen Speisen. So dann verschwanden sie wieder in die Kugel. Die Familie setzte sich nun zum Maler und ließ es sich recht wohl schmecken. Kaum hatten sie abgegessen, so teilte sich die Kugel und dieselben Männchen, welche den Tisch gedeckt hatten, räumten ab und verschwanden mit dem goldenen Geschirr in der Kugel, die sich, als alle darin waren, wieder schloss. Lange besaß die Familie diese Kugel und man ging mit ihr vorsichtiger um als mit dem Topfe. Allein nach und nach wurde es im Orte bekannt, dass der Kirchendiener eine Zauberkugel besitze und es kam auch zu den Ohren des Klosterverstehers. Dieser ließ den Kirchendiener vor sich kommen und befragte ihn, ob das, was man von ihm spreche, wahr sei. Anfangs wollte der Kirchendiener mit der Farbe nicht heraus, als ihm aber der Vorsteher mit Entlassung drohte, gestand er alles der Wahrheit gemäß. Der Vorsteher befahl dem Kirchendiener, die Kugel zu bringen. Er gehorchte und nachdem er erklärt hatte, wie man mit der Kugel zu Werke gehen müsse, entließ ihn der Vorsteher mit der Versicherung, ihm eine einträglichere Stelle zu verschaffen. Allein diese ließ sehr lange auf sich warten und der Kirchendiener entschloss sich, noch einmal auf den Berg zu gehen und das Männchen um eine andere Kugel zu bitten. Er kaufte das hat zwei Ochsen und trieb sie nach der Stadt. Wie er auf dem Berge ankam, ruhte er aus. Aber kaum hatte er sich niedergesetzt, so war auch schon das Männchen da. Es fragte ihn, »Kommst du wieder eine Kugel holen?« »Ja«, war die Antwort des Kirchendieners. »Ich möchte aber gern eine noch bessere Kugel haben. Deshalb habe ich zwei Ochsen mitgenommen.« »Du sollst sie haben«, antwortete das Männchen, verschwand und brachte eine etwas größere Kugel als das vorige Mal. Diese gab er dem Kirchendiener mit den Worten, »Was du zu tun hast, weißt du.« Der Kirchendiener bejahte es und entfernte sich. Als er zu Hause ankam, schloss er alle Türen und Fenster, legte die Kugel auf den Boden und sagte, »Kugeln, sei höflich und nimm die Mütze ab.« Sie fing an zu rollen, und zwar immer schneller und schneller und teilte sich endlich. Aber welcher Schreck! Statt der kleinen Männchen mit goldenen Schüsseln kamen zwei Riesen mit ungeheuren Knütteln aus der Kugel und schlugen alle so unbarmherzig, dass sie ohnmächtig auf dem Boden herumlagen. Dann kehrten sie wieder in die Kugel zurück. Der Erste, der sich von der Ohnmacht erholt hatte, war der Kirchendiener, und dieser beschloss, sich an seinem Vorgesetzten furchtbar zu rächen. Er nahm die Kugel und ging zu demselben, allein erhielt er keinen Einlass, weil Gäste da waren. Das war dem Kirchendiener noch erwünschter. Er ließ nämlich dem Vorsteher des Klosters melden, dass er nun eine weit bessere Kugel besitze. Dieser ließ ihn sogleich rufen und forderte ihn auf, das Kunststück vor der ganzen Gesellschaft zu zeigen. Der Kirchendiener legte die Kugel auf den Boden und sprach, Kugel, sei höflich und nimm die Mütze ab. Die Kugel teilte sich in zwei Teile und die zwei Riesen fielen mit ihren Knütteln über die wehrlosen Gäste her und schlugen sie so derb, dass sie wie Mücken am Boden herumlagen. Nur der Vorsteher hatte die Besinnung nicht ganz verloren und schrie fortwährend zu dem Kirchendiener, er solle die zwei Teufel zur Ruhe bringen. Allein der Kirchendiener entgegnete ihm, nicht früher werden sie ruhen, bis ich meine alte Kugel habe. Da ist der Schlüssel zu jenem Kasten und in diesem ist die Kugel, sprach der Vorsteher und die beiden Riesen zogen sich in die Kugel zurück. Der Kirchendiener ging zu dem ihm bezeichneten Kasten hin, sperrte ihn auf, nahm die Kugel und ging mit beiden nach Hause. Er benützte die kleinere Kugel noch lange Zeit. Eines Tages hatte er seine Freunde zu sich geladen und als alle beisammen waren, nahm er die Kugel, legte sie auf den Boden und sprach, Kugel sei höflich und nimm die Mütze ab. Die Kugel fingern zu rollen. Aber während sie rollte, trat jemand in die Stube und die Kugel flog durch die offene Türe ins Freie. Alle Anwesenden stürzten hinaus und liefen der Kugel nach, aber diese rollte immer schneller und teilte sich endlich, worauf eine Unzahl kleiner Männchen aus der Kugel herauskamen und mit allerlei Goldsachen davon eilten. Und zwar liefen diese Männchen auf die Berge, wo sie jetzt noch das Gold hüten. Auch die andere Kugel war durch die offene Tür hinausgeflogen und hatte sich ebenfalls geteilt. Allein aus dieser kamen keine Männchen, sondern nur eine Schar Riesen, welche ebenfalls in die Gebirge flüchteten. Und dort halten sie sich noch alle Weile auf. Der Hirt und die Zwerge Es war einmal ein König, welcher einen alten, kränklichen Schafhirten hatte. Als dieser starb, brauchte man einen anderen Hirten, denn die Schafe konnten unmöglich ohne Hüter bleiben. Der König ließ daher in seinem Lande bekannt machen, dass der alte Schäfer gestorben sei und er einen neuen in Dienst nehmen werde. Zu der Zeit kam ein junger Hirte in die Stadt, ließ sich beim Könige melden und, wie er zu demselben ins Zimmer trat, sprach er, Ich bin ein Schäfer und da ich hörte, dass ihr einen solchen braucht, so will ich, wenn es euch gefällt, eure Schafe hüten. Der junge Mensch gefiel dem Könige und er befahl ihm, am nächsten Morgen wieder zu ihm zu kommen. In der Frühe kam der Hirt. Der König fasste seine Hand und führte ihn in den Stall zu den Schafen, welche recht mager aussahen, da dieselben schon lange nicht auf der Weide gewesen waren und ein anderes Futter hatten sie nicht bekommen. Nachdem der König dem Hirten die Schafe übergeben hatte, ging er fort. Der junge Schäfer nahm nun seine Flöte und seine Peitsche, ließ die Herde aus dem Stalle und trieb sie zur Stadt hinaus. Als der Hirte das Stadttor verlassen hatte, dachte er, wie er wohl einen guten Weideplatz für seine ausgehungerten Schafe ausfindig machen könnte. Es war aber nicht leicht, zu jener Zeit eine gute Weide aufzufinden, denn es war schon Spätherbst. Nach langem Herumziehen kam unser Hirte mit seinen Schafen zu einem mächtigen, hochstämmigen Walde, vor welchem sich eine mit üppigem Gras überdeckte Wiese ausbreitete. Die hungrigen Tiere machten sich gleich über das Gras her und es schmeckte ihnen vortrefflich, sodass sie allmählich zunahm. Vergnügt setzte er sich nieder, nahm die Flöte zur Hand und spielte. Mittlerweile kamen aus dem Walde sieben kleine Männchen herangehüpft. Der Schäfer bemerkte sie nicht eher, als bis dieselben ganz nahe standen und um ihn herum sprang, tanzten und die wunderlichsten Possen von der Welt trieben. Als unser Hirte diese kleinen Wesen gewahr wurde, konnte er sich über die Männchen nicht genug wundern, gewann dieselben trotzdem bald lieb und spielte ihnen auf der Flöte, während die Männlein tanzten. Auf diese Weise verkürzte sich der Schäfer die Langeweile. Dieses dauerte den ganzen Tag bis zur sinkenden Nacht und unser Hirte unterhielt sich dabei so gut, dass er selbst sein Mittagessen vergessen hatte. Kaum war der erste Stern am Himmel erschienen, so verschwanden die Männchen von der Wiese und der Hirte trieb frohen Mutes die wohlgenährten Schafe, wieder nach Hause. Als der König die Schafe erblickte und sah, wie dieselben an Fleisch zugenommen hatten, war er hoch erfreut. Beim Zählen jedoch fehlten sieben Stück von der Heide. Der Schäfer erschrak und konnte nicht sagen, wohin diese sieben Schafe gekommen sei. Diesmal vergab es ihm der König, weil die Herde so gut genährt war. Die Schafe verloren indes über Nacht alles ihr Fleisch und waren nun so mager wie vorher, denn sie hatten das Gras einer Zauberwiese gefressen, dessen Wirkung nur bis Mitternacht wehrte. Unbekümmert darum trieb der Rirt seine Schafe wieder auf die üppige Wiese, nahm sich aber vor, auf die Herde besser Acht zu geben. Die Schafe weideten und der Schäfer spielte auf der Flöte. Alsbald kamen die Männlein wieder herbei, hüpften wie gestern und trieben ihren Schabernack den ganzen Tag. Bis abends, als der König die Schafe zählte, fehlten wiederum sieben Stück. Diesmal konnte er es nicht so hingehen lassen. Zur Strafe bekam der Hirt keinen Lohn und der König drohte ihn fortzujagen, wenn Ähnliches noch einmal vorfalle. Eine solche Drohung ängstigte unseren Schäfer und er dachte nach, wie er wohl der Dieb sein möge, ob ein Wolf oder gar die Männchen. Trotzdem aber trieb er am dritten Tage die Herde auf den alten Weideplatz, da das Treiben der kleinen Wesen ihn ergötzte. Als am folgenden Morgen der Hirt auf die Wiese kam, so warteten die Männchen schon und baten ihn, er möge ihnen auf der Flöte spielen. Der gutherzige Schäfer konnte ihre Bitte nicht abschlagen. Er spielte und die Männlein tanzten und sprang. Abends trieb der Schäfer die Herde heim, aber wehe, auch diesmal fehlten sieben Schafe. Darüber ward der König zornig und sprach, »Du hast bei mir ausgedient. Über die Nacht lasse ich dich noch hier, aber morgen früh verlässest du die Stadt.« Am anderen Morgen wanderte der Hirte traurig aus dem Schloss, in dem er nun drei Tage gedient hatte. Tief gebeugt langte er auf seinem Weideplatz an und vor Schmerz warf er sich ins Gras und klagte, »Was fange ich nun an? Ich hammerwicht ohne Dienst, ohne Brot. Der Winter ist vor der Türe und ich muss geradezu verhungern.« Er weinte und bereute es tausendmal, auf diese verhexte Wiese die Erde getrieben zu haben. Plötzlich stand vor dem Hirten ein graues Männlein und sprach, »Beräuge dich und höre mich an, denn ich bin derjenige, welcher dir dreimal sieben Stück Schafe gestohlen hat. »Du bist dieser Schurke,« schrie der Hirth, »so gib sie mir zurück.« Das Männchen antwortete, »Ich habe die Schafe nicht mehr, jedoch werden sie dir reichlich ersetzt werden, sei nur ruhig. Sieh mich an, vor vielen Jahren habe ich anders ausgesehen, denn damals war ich der König der Zwerge. Höre nun, wie die Herrschaft über mein Volk für mich verloren ging. Der König der Schlangen, nämlich der Drache, ist einst mit allen seinen Schlangen ausgezogen, um für den Winter eine bequeme und schöne Wohnung aufzusuchen. Da hörte das Ungeheuer von meinem Zwergenberge, in dem es so prächtig aussieht, und von dem großen Schatze, den wir bewachen. Es gefiel ihm solche Nachricht, und er machte sich in unser Reich auf. Meine Zwerge konnten den Schlangen keinen Widerstand entgegenstellen, denn jede versetzte dem Zwerge einen tödlichen Biss. Nur mich und meine sieben Kinder verschonten die Schlangen, welche darauf von meiner Wohnung besitzen haben und seitdem jeden Winter zurückkehren. Mein goldenes Gewand wurde in dieses Graue verwandelt, und weil ich früher den Leuten viele Wohltaten erwiesen habe, wurde ich von den Schlangen, welche der Menschen Feinde sind, verurteilt, denselben Schaden zuzufügen. Darum musste ich dir dreimal sieben Stück Schafe stehlen, und zwar tat ich es zu der Zeit, als meine Kinder um dich herumtanzten und du auf die Herde nicht aufmerksam warst. Vergib es mir und sei sicher, ich tat es nur meiner Kinder wegen, welche großen Hunger hatten. Denn der Drache gibt uns im Sommer nichts zu essen, nur den Winter über bekommen wir etwas. Unsere Pflicht besteht darin, für die Schlangen zu wachen und sie vor Gefahr zu beschützen. Nun aber habe ich das Leiden satt und bitte dich, Jüngling, sei unser Erretter. Als Lohn erhältst du den großen Schatz. Recht gerne, aber wie, antwortete der Hirt. Der Zwerg sprach, folge mir, und nun gingen beide in den Wald, in dessen Mitte sich ein mächtiger Berg erhob. Als diese zwei bei dem Berge anlangten, sprach der Zwergenkönig zum Hirten, besteige die Spitze des Berges und du findest dort einen Baum und unter dem Baume einen schwarzen Stein. Diesen nimm heraus, grabe nach und du wirst ein goldenes Kästchen erblicken. In demselben befindet sich ein Schwert, ein weißes Tuch und ein kristallendes Gefäß mit einer Salbe. Dieses Kästchen nimm heraus und bringe es mir. Und nun geh, ich beschütze dich. Der Hirt kam ohne Gefahr hinauf, fand alles so, wie der Zwerg gesagt hatte und brachte das Kästchen herunter. Jetzt sprach wieder der Zwergenkönig, indem er das Kästchen unserem Schäfer übergab, mit der Salbe in dem Kristallgefäße reibe deinen Körper ein, damit dir das Gift der Schlange nicht schade. Nimm hierauf das Schwert und Tuch, verstecke dich im Gebüsche und erwarte die Schlangen, denn heute ist der Tag, an dem sie kommen, um über den Winter im Berge zu schlafen. Sind alle Schlangen im Berge drin, so trittst du nach einer Weile hervor, gehst zu der Stelle, an welcher die Schlangen in den Berg krochen, pflückst dort ein Blümchen, welches an erinnert sich dann und du kannst eintreten. Am leichtesten wirst du den Drachen töten, wenn du auf seinen Rücken trittst, denn so kann er dir nicht schaden. Nimm hierauf das Schwert in die rechte Hand und breite mit der linken über die Krone, welche der Drache auf dem Kopf trägt, das weiße Tuch aus und nimm dieselbe weg. Ist dies geschehen, so erwacht der Drache und mit ihm auch die Schlangen, welche auf dich zustürzen werden, jedoch haue nur kräftig um dich herum und von dem Rücken des Drachen steige nicht herab. Dann wird der Drache mit dir davon fliegen. Gewahrst du im Fluge Wasser unter dir, so schlage mit der im weißen Tuche eingewickelten Krone den Drachen siebenmal auf den Kopf. Auf das stürzt der Drache ins Wasser, du aber fällst auf ein Schiff, welches dich an das Ufer bringt. Dort angelangt, wirf die Krone auf die Erde, tritt auf sie und sprich, ich will bei den Zwergen sein und in einem Augenblick bist du bei uns und empfängst deinen Lohn. Jetzt lebe recht wohl, sei mutig und vertraue auf unsere unsichtbare Hilfe. Der Zwergenkönig verschwand. Der Hirt begab sich nun hinter ein Gebüsch und rieb seinen Körper mit der Salbe ein, nahm das Schwert in die rechte Hand, das weiße Tuch in die linke. So gerüstet erwartete er die Schlange. Es dauerte nicht lange und diese kamen unter Zischen heran. Der König kroch zuerst. Als er beim Berge ankam, riss er mittels seiner Zunge ein grünes Kraut aus, berührte mit demselben den Berg, dieser sprang auf und er kroch hinein. Eine unendliche Reihe von Schlangen folgte seinem Beispiel. Als die letzte Schlange im Berge verschwunden war, schloss sich der Felsen. Nach einer Weile trat unser Hirte hervor und berührte mit dem Hexenkraute den Felsen, wie er es von den Schlangen gesehen hatte. Und der Felsen tat sich auf. Der Schäfer trat nun in das Innere des Berges und nachdem er eine Reihe von prachtvollen Gängen und Gemächern durchschritten hatte, kam er in einen äußerst kostbar geschmückten Saal, dessen Wände von Gold waren kristallner Tisch auf dem zusammengerollt der Schlangenkönig lag. Am Boden um den Tisch herum schliefen die übrigen Schlangen. Mutig schritt der Hirte über die Schlangen hinweg, ohne dass er ihn oder sie ihm geschadet hätten, frisch auf den Tisch zu, stieg auf den Rücken des Drachen und nahm demselben mit der in das weiße Tuch gewickelten Hand die Krone weg. Kaum war dies geschehen, so streckte der Drache sich aus und nun setzte sich der Hirt so auf den Drachen, als wollte er auf ihm reiten. Der Drache sprühte in seinem Grimme Feuer aus dem Rachen und die erwachten Schlangen sprangen auf den Hirten und wollten ihn beißen allein dieser hieb einer jeden Schlange welche in seine Nähe kam den Kopf ab. Jetzt bekam der Drache flügen. Er hob sich mit großem Geräusche, durchbrach den oberen Teil des Berges und gelangte ins Freie. Er flog nun mit dem Hirten auf den Rücken über Berg und Tal pfeil schnell fort. Als der Schäfer unter sich plötzlich Wasser erblickte, schlug er den Drachen mit der Krone siebenmal auf den Kopf. Und siehe da, der Drache senkte sich mit fürchterlichem Gebrülle ins Meer. Der Hirt fiel, wie der Zwerg vorausgesagt hatte, auf ein Schiff, und dieses brachte ihn an das Ufer. Hier angekommen, gedachte er abermals der Worte des Zwergenkönigs und warf die Krone auf die Erde, trat darauf und sprach, ich will bei den Zwergen sein. Und in einem Augenblicke war an dem gewünschten Orte und stand vor dem rauchenden Berg unter den jubelnden Zwergen, welche ihn als ihren Retter begrüßten. Mit vielen Danksagungen übergab der Zwergenkönig dem Schäfer den großen Schatz. Der Hirt war nun überreich, kaufte dem Könige, bei dem er früher gedient sein Land ab, und heiratete einer seiner Töchter und lebte viele Jahre lang glücklich. Die Zwerge aber zogen in ein anderes Land und machten sich dort ansässig. Von den Schlangen wurden die meisten verbrannt oder von dem einstürzenden Berge erschlagen. Jene aber, denen es gelang, sich zu verkriechen oder zu entkommen, wurden von der Hitze so geblendet, dass sie alle blind wurden und des heutigen Tages noch sind. Seit dieser Zeit, sagen die Leute, gibt es wohl Wassereidechsen, aber wenige Schlangen. Und gar keinen einzigen Drachen mehr. Moriandel und Zuckerkandl Es war einmal ein Bauer und eine Bäuerin. Diese hatten zwei Kinder, ein Knaben mit Namen Zuckerkandl und ein Mädchen mit Namen Moriandel. Mutter und Vater liebten ihre Kinder sehr und gaben ihnen alles, was zu ihrer Wohlfahrt auch notwendig war. Die Eintracht und der Friede ward in diesem Hause niemals gestört, so dass man weit und breit das Leben dieser Familie als Muster des häuslichen Friedens aufstellte. Doch das sollte nicht so bleiben. Die Mutter starb und mit ihrem Tode kam auch Elend und Jammer in das Haus. Der Bauer war Schweinehändler und musste deswegen oft weite Reisen machen, um das Geschäft zu besorgen. Die Kinder, welche doch noch zu jung waren, um sich selbst überlassen zu werden, brauchten Aufsicht. Ganz fremden Leuten wollte er sie nicht an Vertrauen. Daher nahm er wieder ein Weib. Scheinheilig und hinterlistig erfüllte ihre leisesten Wünsche, war hingegen der Mann verreist, so quälte sie dieselben auf alle mögliche Weise. Sie mussten die härtesten Arbeiten verrichten und bekamen dafür mehr Schläge als zu essen. Dies mochte so ein Jahr gedauert haben. Klagten die Kinder beim Vater, so glaubte ihnen der Vater nicht, dass ein Weib vor ihm immer anders handelte. Die Stiefmutter sah aber immer ängstlich dem Heranwachsen des Zuckerkandels und der Moriandel entgegen, da diese, wenn sie einmal verständiger würden, leicht den Hass der Stiefmutter ahnen würden. Den Kindern gehörte nämlich der Bauernhof, weil der ihre Mutter Eigentum war, und ferner hatten sie als die ersten Kinder des Vaters Vermögen. Die Stiefmutter hatte mittlerweile auch ein Knäblein erhalten, das wegen seines rotlockigen Haares Glühwürmchen hieß. Da ereignete es sich eines Tages, dass ein Brief kam, in welchem eine Testamentsabschrift erhalten war, laut welcher die Kinder zu Alleinerben der überausreichenden Mume, der Rotbeißerin eingesetzt waren. Da wusste nun die Stiefmutter vor lauter Gallen nicht, was sie tun sollte. Deonsbrot muss alles haben, sagte sie, während mein Liebglühwürmchen der einst nichts als Bettelbrocken bekommen wird, aber so wahr ich lebe, dem muss abgeholfen werden. Mein Glühwürmchen muss alles haben und sollte ich mein Leben daran setzen. Sie sahen hin und her und fand kein anderes Mittel, als durch Mord ihren Zweck zu erreichen. Sie zog daher andere Seiten auf und behandelte die Kinder zuvorkommender als je auch in Abwesenheit ihres Mannes. Das fiel unserem Zuckerkandl, einem gescheiten Burschen, auch. Er suchte sich daher bei Zeiten auf die Seite zu machen. Der Vater musste gerade einen Monat verreisen und eine solche Abwesenheit kam dem Plänen der Stiefmutter gut zu statten. Sie erwartete nur den günstigen Augenblick, beide auf die Seite zu schaffen. Zuckerkandl hatte eines Tages eine Vorahnung. Es wurde ihm so bange im Hause und er bat daher die Stiefmutter, ob er nicht einige Stunden entfernte Großmutter besuchen dürfte. Mit Freuden erlaubte sie ihm das, denn er musste über den sogenannten Saufgraben gehen, eine tiefe Schlucht, die ihren Namen von den verunglückten Betrunkenen führte, die über den schmalen Weg gegangen und ihm die Schlucht gefallen waren. Zuckerkandls Großmutter war Metschenkerin. Sie pflegte Zuckerkandeln gewöhnlich einige Gläschen zu geben und da Zuckerkandl dieses gerne trank, so konnte er, wie die böse Mutter meinte, sehr leicht auch in die Schlucht fallen. Doch sie hatte sich verrechnet. Zuckerkandl ging, erzählte seiner Großmutter die üble Behandlung, äußerte auch seinen Verdacht und bat sie, ihn bis zur Rückkehr des Vaters zu behalten. Die Großmutter ahnte gleich, welchen Zweck die Stiefmutter haben könnte. Sie beschloss daher, die Stiefmutter auf die Probe zu stellen und abzuwarten, was sie beginnen würde. In der Zeit war der Sohn eines Gärtners vom Dache tot gefallen und die Großmutter ließ ihn in den Saufgraben legen, damit es scheine, als ob Zuckerkandl hineingestürzt wäre. Ihn selbst versteckte sie in ihrem Hause. Unterdessen ward es der verlassenen Moriandel gar traurig zumute und sie wurde krank. Die Stiefmutter zeigte sich darüber sehr betrübt und lief von einem alten Weibe zum Anderen. Endlich kam sie voller Freude nach Hause und sagte zu Moriandeln »Lieb Herzchen, dir wird geholfen. Die Rosskopfin ohne Lemirelesepp hat mir ein Mittel angeraten, das gewiss hilft. Du sollst nämlich in den Dörrofen Zwespen und Kletzen einbauen und dabei kannst du essen, so viel du willst.« Das Mittel gefiel der Moriandl sehr gut, denn wie oft musste sie in dem großen Ofen arbeiten und durfte keine einzige essen. Diesmal stieg sie gern hinein, obgleich er ungewöhnlich heiß war und klaubte Zwespen und Kletzen ein. Der Schweiß ran ihr nur so vom Körper und endlich fiel sie ohnmächtig nieder. Niemand war bei der Hand und so blieb sie leblos da liegen. Die Stiefmutter nahm die Entseelte aus dem Ofen und bettete sie in einen Sarg. Dann rannte sie mit Zeter Geschrei im Orte hin und her und rief alle Leute zusammen und teilte ihnen unter Tränen mit, dass ihr liebes gutes Kind die Moriandl gestorben sei. »Kommt, schaut sie an, sie ist ganz entstellt.« »Das glaube ich«, sagten alle, »sie ist ohne Sterbesakramente gestorben.« Und niemand wollte hingehen und sie anschauen, um nicht verschrien zu werden. Der Totenbeschauer, ein ebenso abergläubischer Mensch, wagte es auch nicht, in das Leichenzimmer einzutreten, da ihm ein Geruch entgegenschlug, den die Stiefmutter absichtlich verbreitet hatte. »Ich glaub's schon, dass sie ganz tot ist«, sagte er, »gebt mir nur mein Geld.« Alle übrigen Zeremonien vollzog sie, ohne Aufsehen zu erregen, das doch bei Dorfbewohnern bald da ist. Mittlerweile kam der Vater nach Haus, und sein Schmerz war grenzenlos, als er den Tod seiner Kinder erfuhr, denn die angebliche Leiche Zuckerkandels fand man im Saufgraben. Der Verborgener hatte aber erfahren, dass man ihn für tot halte, und seine Großmutter fand es für gut, ihn noch nicht sehen zu lassen. Sie suchte dagegen, dem plötzlichen Verschwinden Moriandels nachzuforschen. Zuckerkandel erfuhr den Tod seiner Schwester, ging einige Tage nachher auf den Friedhof und betete dort. Moriandel, rief er, Moriandel, warum bist du gestorben? Und die bekannte Stimme Moriandels rief, Zuckerkandel. Das war ihm ein so unheimlicher Ton, dass er schauderte, und die Flucht ergriff. Atemlos kam er zur Großmutter, der das sonderbare Begegnis erzählte. Diese sagte, geh morgen noch einmal auf den Friedhof und rufe. Wenn die Stimme dir antwortet, so bleibe tapfer stehen und frage, was willst du, lieb Schwesterlein? Des anderen Tages ging Zuckerkandel von seiner Großmutter mit Kreuzen und Reliquien und Bildern versehen und in Weihwasser gebadet, dass der böse Feind keine Macht habe, wirklich auf den Friedhof. Er rief Moriandel und unheimlich ertönte es Zuckerkandel. Dieser bekreuzigte sich und fragte, wie ihn die Großmutter gelehrt hatte, was willst du, lieb Schwesterlein? Und er vernahm, lieb Brüderlein, die Stiefmutter mein hat mich in den Backofen gesperrt und umgebracht. Geh zum Väterlein, es solle getröstet sein. Sag ihm von dem Weibe, die hat wollen unser Geld. Drum muss dich lassen, mein junges Leben. Oh Fee, oh Fee. Der Wehruf verhallte und die Stimme verstummte. Zuckerkandel lief zurück und erzählte alles seiner Großmutter. Dann begab er sich zum Vater, der ihm tot geglaubt hatte. Wie sehr erschrak nun die Stiefmutter, deren Ränke jetzt an das Tageslicht kommen sollten. Der Vater war über die Maßen froh, wenigstens ein Kind wieder zu haben. Zuckerkandel erzählte ihm nun alles bis aufs Kleinste und verschwieg auch das Begegnis auf dem Friedhofe nicht. Da ward der Bauer grimmig böse und ohne Gnad und Barmherzigkeit schleppte er die Stiefmutter zum Richter. Das Gericht verurteilte sie zum Tode. Da sie sich an Kindern so schwer versündigt hatte, ja, so soll sie von der Dorfjugend zu Tode gesteinigt sein. Der Wunderbaum Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne, von denen aber einer sehr dumm war und daher von allen der dumme Hansel genannt wurde. Alles, was er unternahm, missglückte ihm, und alles, was er ergriff, fiel zur Erde. Sein Vater meinte, er könne ihn durch Prügel gescheit machen und prügelte ihn nach jedem dummen Streich. Doch es half nichts. Eines Tages wuchs in dem Orte auf einmal ein seltener Baum aus der Erde hervor, ohne dass jemand einen Samen gelegt hatte. Seine Höhe nahm so rasch zu, dass er nach wenigen Tagen die eines Turmes erreichte und nach einigen Wochen verlor sich der Gipfel schon in den Wolken. Die Dorfbewohner waren nun begierig zu wissen, wohin man kommen würde, aber keiner wollte es unternehmen. Die Kunde von dem Baume drang weit und breit, sogar bis zur Königstochter, welche eine Frucht desselben verlangte. Man versprach dem eine gute Belohnung, der es wagen würde, die Reise anzutreten. Da meldeten sich viele, aber keinem gelang es, denn jeder fiel nach dem zweiten oder dritten Tage wieder herab. Jeder nahm sich mehrere Paar hölzerner Schuhe mit, von denen er von Zeit zu Zeit einen herunterwerfen wollte, um ein Zeichen von sich zu geben. Einige kamen gar nicht mehr und warfen auch ihre Schuhe nicht herab. Es musste also mit ihnen etwas vorgefallen sein. Das nahm allen den Mut. Auch die zwei Brüder des Hansel unternahmen das Waagestück, allein ging es ihnen ebenso wie allen anderen. Nun meldete sich auch Hansel und begehrte zu seiner Reise zwölf Paar hölzerne Schuhe. Auch Lebensmittel und eine bleierne Hacke nahm er mit und trat so seine Baumreise an. Dass ihn alles auslachte, das kümmerte ihn nicht viel. Man wartete einen Tag lang und glaubte, Hansel werde herabkommen. Allein sie erstaunten nicht wenig, als sie bloß seine Schuhe herabfallen sahen, die ganz durchlöchert waren. Ebenso ging's die folgenden Tage, und da die Schuhe immer gewaltiger herabfielen, so konnte man schließen, Hansel komme immer höher. Ah, wie ist's nun wohl dem Hansel ergangen? Als er schon einige Tage geklettert hatte und er eines Abends keinen passenden Ort zur Ruhe fand, entdeckte er im Baume eine Höhle, in der ein Licht schimmerte. Er trat in dieselbe und bemerkte eine hässliche Alte, die ihn aber freundlich aufnahm, ihm eine gute Abendkost bereitete und ihm auch eine Schlafstätte anwies. Als Hansel sie fragte, wie weit es noch zum Gipfel sei, erwiderte sie, Oh, mein lieber Bub, du hast's noch weit. Ich bin erst am Montag da. Du musst jetzt noch zur Erika am Dienstag, zum Mittwoch bis zum Samstag kommen und über wen du draus bist, wirst schon sehen, wo du hinkletterst. Des anderen Tages machte sich Hansel wieder auf die Reise und nachdem er wieder mehrere Tage geklettert, gelangte er zu einer zweiten Höhle, in der sich eine Hexe auffiel, die viel hässlicher als der Montag war. Vor dieser fürchtete sich Hansel wohl anfangs, als sie ihm aber versprach, dass er ein gutes Nachtmal erhalte, da schwand die Furcht. Des anderen Tages, als er seine Reise antreten wollte, warnte ihn die Hexe beim Mittwoch nicht einzukehren, denn das sei ein hässlicher Mann, sagte sie, der kein Menschenfleisch sehen könne. Das befolgte Hansel auch und kam glücklich beim Mittwoch vorbei. Die nächsten Höhlen wurden vom Donnerstag, Freitag und Samstag bewohnt, laute alte Weiber, eine hässlicher als die andere. Eine jede hatte eine bucklige Gestalt, ein Kopf mit zerauften Haaren und eine große rote Nase. Als Hansel über den Samstag hinaus war, hatte er keine Schuhe mehr. Seine Hacke, mit der er sich immer festhielt, war schon stumpf. Auch hatte er keine Lust mehr zum Klettern. Umkehren wollte er nicht, da er schon sehr hoch war, und so blieb ihm nichts übrig, als seine Reise fortzusitzen. Allein bald kam er eine steinerne Wand, in die der Stamm des Baumes verwachsen war. Er bemerkte eine kleine Tür. Dieselbe öffnete er und trat auf eine große Wiese. Hier fiel er betäubt nieder, und als er sich wieder erholte, sah er vor sich eine Stadt liegen, die ganz von Gold war, und über welcher ein so starkes Licht schwebte, dass Hansels Augen es nicht vertragen konnten. Neben ihm lag seine Hacke. Allein sie hatte keinen Hölzernen, sondern einen goldenen Stiel. Auch an dem Gipfel des Baumes, an dem er heraufgeklettert war, bemerkte er lauter goldene Früchte. Goldene Tiere sprangen auf der Wiese umher, mit einem Worte alles war von Gold. Hansel glaubte sich im Himmel zu befinden, und er blieb dort. Andere sagen, er sei wieder auf die Erde gekommen, und habe alles erzählt, was er dort erlebt und gesehen hat. Die Erlösung aus dem Zauberschlafe Es lebte einmal ein Graf, der sehr reich war. Eines Tages ritt er samt seiner Frau auf das Feld, um seine Saaten in Augenschein zu nehmen. Alles war zu seiner größten Zufriedenheit schon ziemlich herangewachsen, und beide ritten wieder nach Hause. Unterwegs erhob sich ein großer Sturm und trieb dem Grafen den Staub so in die Augen, dass er nichts mehr sah. Zu Hause ließ er den Arzt holen, damit ihm seine Augen heile. Doch der sagte, er könne ihm nicht helfen, da der Staub schon zu tief in die Augen eingedrungen sei. Der Graf hatte drei Söhne, die schon ziemlich groß waren. In sein Schicksal ergeben, erfuhr er eines Tages, dass im nächsten Lande sich eine Quelle befinde, die jeden Menschen heile, wenn man sich mit deren Wasser wasche. Als das der älteste Sohn hörte, bat er den Vater um die Erlaubnis, die Quelle zu suchen. Der Vater gab ihm sogleich ein schönes Pferd, füllte seine Tasche mit Geld und entließ ihn mit seinem Segen. Abends gelangte er in einen großen Wald, in welchem sich ein Gasthaus befand, wo ganz schwarze Männer Karten spielten. Sie luden ihn ein mit zu spielen. Er willigte ein, verspielte aber sein ganzes Geld und machte sogar Schulden. Die Schwarzen sperrten ihn ein und er musste ihn dehnen. Nach einem halben Jahre machte sich auch der zweite Bruder auf den Weg und es ging ihm nicht besser wie dem ersten. Ein Jahr war bereits verflossen und der Vater wartete vergebens vergebens auf die Rückkehr der Söhne. Er war darüber traurig und als der Jüngste das bemerkte bat er um die Erlaubnis auch fortreisen zu dürfen. Er wurde noch viel besser ausgestattet als die zwei anderen. Der Vater sprach den Segen über ihn aus und dann ritt er fort. Auch er kam in den Wald und in das Gasthaus, in welchem sich seine zwei Brüder aufhielten. Die schwarzen Männer forderten auch ihn auf mit zu spielen, jedoch er ließ sich nicht darauf ein. Er übernachtete dort und machte sich früh morgens auf den Weg. Als er vor die Türe kam, sah er eine Menge Leute arbeiten. Sie machten einen Graben rings um das Gasthaus und schon wollte er fortreiten, als er einen Mann unter den Arbeitenden bemerkte, der ganz seinem ältesten Bruder ähnlich sah. Er sprach ihn an und erkannte in ihm seinen Bruder. Da zahlte er auf Bitten des Bruders die Schulden und nun durften alle drei fortreisen. Sie ritten drei Tage und drei Nächte nacheinander ohne zu ruhen. Die Lebensmittel, die sie mithatten, genossen sie auf ihren Pferden. Sie gelangten zu einer Hütte, in der niemand wohnte und es war beschlossen, dort einige Tage zu verweilen. Am dritten Tage ging der Jüngste allein in den Wald, um zu jagen. Dort erblickte er einen Hirsch und als er seinen Hahn losdrücken wollte, blieb der Hirsch stehen und redete ihn an, er möge ihn doch nicht schießen, vielleicht könnte er ihm einst behilflich sein. Der Hirsch riss sich ein Haar aus und gab es ihm und sprach, wenn du dich in Todesgefahr befindest, so brenne dieses Haar an und ich werde dir zur Hilfe kommen. Er ging nun weiter und seinen großen Adler auf einem Baume sitze und als er denselben schießen wollte, schrie derselbe und bat, er möchte ihm noch das Leben schenken, er werde ihm einst behilflich sein. Der Graf war ganz erstaunt, denn das war ihm noch nie vorgekommen. Der Adler flog vom Baum herab und brachte ihm in seinen Schnabel eine Feder und er sprach, wenn du dich einst in Todesgefahr befinden solltest, so brenne diese Feder an und ich werde dir zur Hilfe kommen. Er ließ den Adler fortfliegen und ging weiter, aber kaum war er zehn Schritte weit, so bemerkte er im Gebüsch ein wildes Schwein. Er erschrak und spammte den Hahn, doch auch dieses fingern zu bitten, er möge ihm das Leben schenken. Das Schwein gab ihm als Zeichen eine Borste und sprach, wenn du dich in Gefahr befindest, so brauchst du die Borste nur anzubringen und ich werde dir zur Hilfe kommen. Er kehrte nun wieder zu den Brüdern zurück, sagte ihn aber nichts von seinen Begegnissen. Sie fragten ihn auch nicht darum, weil sie sich überhaupt sehr wenig um ihn kümmerten und beide sannen, ihm das Leben zu nehmen. Am nächsten Morgen ritten sie weiter und kamen nach einem Tage zu einem großen Schloss, neben welchen sich ein großer Garten befand und in demselben sahen sie eine Quelle. Der Älteste wollte in das Schloss hineingehen. Er kam zur Türe und auf derselben fand er einen Zettel mit der Aufschrift Die Quelle in diesem Garten heilt alle Krankheiten. Er machte die Türe auf und wollte hineingehen, doch er schrak zurück und kehrte um. Seine Brüder fragten ihn, was ihn so erschreckt habe, doch er konnte keine Antwort geben. So gleich ging der zweite Bruder zu der Tür und öffnete sie, aber kaum tat er einen Schritt weiter, so erschrak er ebenfalls so, dass er niederfiel. Nun ging auch der dritte zur Türe, öffnete sie und ging mutig hinein. Er kam in das erste Zimmer und fand dort eine Menge Soldaten, die alle schliefen. Er schlich sich in das zweite Zimmer und hier fand er den König auf dem Throne sitzend und die Königin auf einem Sofa liegend und beide schliefen. Er wagte es nicht zum Könige näher hinzutreten und erschlich sich in das dritte Zimmer. Hier sah er eine wunderschöne Prinzessin auf einem Sessel schlafend. Vor ihr stand ein Tisch mit Diamanten besetzt und auf demselben stand ein Körbchen mit Zwirn und Nadeln. Auf ihrem Schoß lag ein Kissen, das noch nicht ganz fertig war. Neben ihr auf einem anderen Sessel befand sich Wolle. Ferner stand noch ein anderer Tisch da, auf dem Papier und Bleistift lagen. Auf der anderen Seite stand ein Tintenfass von Diamant. Unser Held fasste Mut, setzte sich zu dem Tische, nahm eine Feder und fing an zu schreiben. Er schrieb kurz seine ganze Lebensgeschichte, wessen Sohner sei, wie und weshalb er hergekommen. Als dann wollte er sich entfernen, jedoch bemerkte er auf der Wand ein ganz kleines Bild. Er nahm es herab und sah, dass es das Bildnis der Prinzessin war. Er trat zu der schlafenden Prinzessin und küsste sie. Dann entfernte er sich eilig. Als er zu seinen Brüdern kam, sagte er, dieses Schloss sei von niemandem bewohnt und im Inneren ganz zerstört. Nun wollten sie aus der Quelle Wasser nach Hause nehmen. Der Älteste wollte seine Flasche füllen, doch das Wasser verschwand. Und als er die Flasche wegzog, kam das Wasser wieder zum Vorschein. Er versuchte noch einmal zu schöpfen, doch das Wasser verschwand in demselben Augenblicke, als er die Flasche hineinstecken wollte. Er ließ die Flasche jetzt in dem Grübchen liegen und meinte, wenn das Wasser wieder zum Vorschein komme, werde sich die Flasche mit Wasser anfüllen und dann könne er die Flasche geschwind herausnehmen. Doch kaum tat er die Hand weg, so schleuderte die herausspudelnde Quelle die Flasche so hoch in die Luft, dass dieselbe zerbrach. Nun versuchte es der zweite Wasser zu schöpfen, doch es ging ihm gerade so wie dem ersten. Endlich ging der Jüngste zu der Quelle, steckte seine Flasche in das Wasser und füllte sie ganz voll an. Die anderen Brüder machten ein schiefes Gesicht und ihre Abneigung gegen ihren Erretter war noch größer. Sie verabredeten sich heimlich und als sie in den Wald kamen, wo sie als Sklaven gedient hatten, warfen sie sich beide auf den Bruder und ermordeten ihn. Damit aber keine Spur von dem Morde zu sehen wäre, machten sie ein Feuer und warfen ihn in dasselbe. Dann nahm sie ihm alles weg und eilten nach Hause. Als aber das Feuer den Bruder so weit verbrannte, dass das geschenkte Haar, die Feder und die Borste angegriffen wurden, erschienen sogleich der Hirsch, der Adler und das Schwein. Diese zogen ihn aus dem Feuer, brachten allerlei Salben und Kräuter herbei und nach einer halben Stunde stand er wieder ganz gesund da. Sie brachten ihm auch ein Kleid und er bedankte sich bei den Tieren und ging fort. Jedoch nicht zum Vater, sondern in ein Dorf, um bei einem Bauern zu dienen. Nach einem Jahre erhielt der Vater einen Brief von der Prinzessin, die mit ihrem ganzen Hofstaat durch den jüngeren Sohn erlöset war. Der Brief enthielt die Aufforderung, dass derjenige Sohn zu ihr kommen sollte, der in ihren Zimmern gewesen wäre. Sie hatte zugleich auf den ganzen Weg bis zum Vater Diamanten streuen lassen, indem sie glaubte, durch diese Probe den Rechten zu erkennen. Denn derjenige werde gewiss die Diamanten nicht verschonen, sondern geradezu darüber hinweg reiten. Zuerst kam der älteste Bruder zu ihr. Sie fragte ihn, was er gesehen habe, als er in den Zimmern war, doch dieser konnte es ihr nicht sagen und sie schickte ihn fort. Dasselbe geschah mit dem Zweiten. Der Vater schrieb nun, er habe sonst keinen Sohn, der Dritte sei tot. Da verlangte sie dessen Leiche, doch der Vater konnte ihr auch diese nicht schicken. Die Sache war druchbar und auch unser junger Bauer hörte von der Begebenheit. Er bat sogleich seinen Herrn, bei dem er im Dienste stand, um Erlaubnis, einige Tage fortreisen zu dürfen. Der Bauer erlaubte es ihm. Er ritt sogleich in seiner Bauerntracht geradezu nach dem Schlosse. Er schonte nicht der Diamanten, sondern ritt über all die Kostbarkeiten hinweg. Er stellte sich hiervor und als er die Frage, was er im Zimmer gesehen habe, beantwortet hatte, begrüßte sie ihn als ihren Erlöser und ihren Gemahl. Bald wurde die Hochzeit gefeiert, wozu auch der Vater und die Brüder eingeladen wurden. Der Sohn erzählte dem Vater von den treulosen Brüdern und unbarmherzig ließ der Vater sie hinrichten. Die hüpfende Schlafhaube Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Da kam eines Tages ein Händler und zeigte ihm ein sehr feines Halstuch und sagte, wenn sich der König ein solches verschaffen könne, so wolle er seinen Kopf verlieren. Gut, sagte der König, du setzt Es ist viel ein, darum will ich auch viel einsetzen und eines meiner drei Königreiche sei dein, wenn ich die Wette verliere. Wo nicht, so fällt dein Kopf. Der Händler ging fort und war froh, denn er glaubte, der König werde kein so schönes Halstuch bekommen können. Der König ließ darauf seine drei Söhne rufen und erzählte ihnen alles. Zum Schlusse sagte er Wenn ihr also nicht wollt, dass euer Erbteil gemindert werde, so trachtet ein schöneres Halstuch zu bekommen. Der, welcher das Schönste hat, bekommt das verwettete Königreich. Die drei Brüder gingen miteinander fort, um ein Halstuch zu suchen. Die beiden Älteren hatten sich verabredet, den Jüngern, den sie nicht leiden konnten, nicht mitzunehmen. Und so geschah es. Sie ließen ihn nämlich in einem dichten Walde zurück. Als er sich verlassen war, fing er an, bitterlich zu weinen. Währenddem kam eine weiße Schlafhaube auf den Bändern daher gehüpft und fragte ihn, warum weinst du, Tien? Er erzählte ihr nun die ganze Angelegenheit haarklein. Da sagte die Schlafhaube, sei nur getrost, komm mit mir, ich werde dir helfen. Sie tupfte dann mit einem Bande an einen großen Baum und also gleich stand ein herrliches Schloss da. Das ganze Schloss schien ausgestorben. Man sah nichts als lauter steinerne Figuren, welche aussahen, als ob sie Menschen gewesen wären. Sie führte ihn in einen großen Saal. Dort waren die kostbarsten Teppiche und Tücher, die er sich auswählen konnte. Erstaunt wusste er anfangs nicht, welches er nehmen solle, da sie alle ja so schön waren. Endlich nahm es sich dankte sich bei der Schlafhaube und diese hüpfte wieder über die Treppe hinab. Außer dem Tore tupfte sie an dasselbe und das Schloss war verschwunden und ein großer Baum an seiner Stelle. Die Schlafhaube führte dann den Königssohn aus dem Walde und nachdem er sich nochmals bedankt hatte, ging er in seines Vaters Schloss. Seine Brüder kamen bald nach ihm und jetzt ward der Händler gerufen, damit die Wette entschieden werde. Alle Großen des Reiches waren um den Thron des Königs als Zeugen versammelt. Der König legte auf die rechte Seite des Thrones seinen Einsatz, nämlich Krone und Zepter, auf der linken Seite lag Block und Beil für des Händlers Einsatz. Die drei Brüder kamen nun und jeder hatte sein Tuch verborgen. Zuerst wurde das Tuch des Ältesten der Anwesenden gezeigt. Es war aber im Vergleich mit dem des Händlers ein Abreibefetzen. Da der Händler sah, schrie er Juchai, jetzt bin ich König und ich werde reich sein und alle Händler werden in meinem Königreiche wohnen. Er sprang wie närrisch herum und wollte sich schon der Krone bemächtigen. Allein die Anwesenden hinderten es. Du bist noch nicht König Händler, sagte der König. Es sind noch zwei da. Macht nichts, sagte der Händler, die haben auch nichts Schöneres. Nun zeigte der Zweite sein Tuch. Allein es war auch nicht schöner als das des Ersten. Jetzt sprang der Händler noch mehr herum und war ganz außer sich vor Freude. Endlich öffnete der Dritte sein Bündel und siehe, dessen Tuch war so schön, schön, dass noch niemand ein solches gesehen hatte. Als der Händler das Tuch sah, rief er Auweih und fiel verschrecken in Ohnmacht. Natürlich gehörte nun dem Jüngsten das Königreich und des Händlers Kopf. Man ließ indes dem vorlauten Handelsmann seinen Kopf auf dem Rumpfe und nach einer tüchtigen Tracht Prügel durfte er seines Weges gehen. Eines Tages kam wieder ein Händler zum König, zeigte ihm einen Ring und sagte, er wolle sein Leben am Galgen verlieren, wenn der König einen so schönen Ring erhalten könne. Der König setzte abermals sein Königreich ein und froh entfernte sich der Händler, welcher sicherlich König zu Der König sagte dann zu seinen Söhnen, welche alles mit angehört hatten, ihr habt nun vernommen, dass ich wieder eines meiner Königreiche als Wette eingesetzt habe. Seht also, dass ihr einen schöneren Ring bekommt, damit euer Erbteil nicht einem anderen zufalle. Die Brüder machten sich also wieder auf den Weg. Der Jüngste ging gleich wieder in den Wald und beschloss, die Schlafhaube aufzusuchen und ihr seine Bitte vorzutragen. Denn er dachte sich, sie hat mir einmal geholfen, vielleicht kann sie es auch jetzt wieder tun. Er war noch nicht lange in dem Walde, als er die Schlafhaube herumhüpfen sah. Er lief sogleich zu ihr hin und sagte, Liebe Schlafhaube, ich bitte dich, hilf mir auch jetzt aus der Not, wenn du es kannst, wie das erste Mal, ich werde dir mein Lebtag dafür dankbar sein. Die Schlafhaube freute sich, dass der Königssohn so viel Zutrauen zu ihr habe und dass er sich in seiner Not an sie wende. Sie fragte ihn daher, was er von ihr wolle. Als er mit seiner Erzählung zu Ende war, sagte die Schlafhaube, wenn du nicht mehr willst, das kann ja leicht sein, komm nur mit, wir wollen in mein Schloss gehen. Sie führte ihn wieder zu dem Baum und dort angelangt, tupfte die Schlafhaube mit einem ihrer Bänder an und das Schloss stand da. Sie gingen die Treppe hinauf in einen großen Saal. Darin stand eine Kiste, welche voll der prächtigsten Ringe war. Der Königssohn nahm sich dann einen davon und ging, nachdem er sich bei der Schlafhaube bedankt hatte, aus dem Schlosse in den Wald und von da nach Hause. In dem Schlosse seines Vaters wartete man schon auf ihn, denn die Brüder waren bereits heimgekehrt. Und nun ward der nächste Tag zur Entscheidung der Wette bestimmt. Es versammelten sich abermals alle Großen des Reiches in dem Thronsaale des Königs, um Zeugen bei der Entscheidung zu sein. Der König setzte sich auf den Thron, zu seiner rechten Seite lag als Einsatz wiederum Krone und Zepter, im Hofe aber war ein Galgen errichtet für den Händler, wenn er die Wette verlieren sollte. Zuerst zeigten die beiden älteren Brüder ihre Ringe, welche zwar schön waren, aber bei weitem nicht an Schönheit dem des Händlers gleich kam. Der Händler glaubte schon König sein, er sollte bald anderer Meinung werden. Als endlich der Jüngste seinen Ring zeigte, staunten alle ob der Schönheit desselben. Der Händler fing an zu winseln und bat um sein Leben. Er durfte ebenfalls seines Weges gehen, nachdem er von den Dienern tüchtig durchgeprügelt war. Der Jüngere der Königssohne war somit Herrscher über zwei Königreiche. Die ältesten Brüder hassten ihn deshalb aufs Bitterste. Sie verlangten von ihrem Vater noch ein Probestück, damit auch sie sich ein Königreich erwerben könnten. Er antwortete ihnen, Meine Söhne, ich will euch alle glücklich sehen. Deshalb sei dem mein letztes Königreich, der sich binnen Jahresfrist die schönste Braut heimbringt. Die Brüder waren das zufrieden und die Älteren machten sich bald auf, die fremden Königreiche zu bereisen, um sich von dort eine Braut zu holen. Der Jüngste dachte sich, geht ihr nur hin, ich suche wieder meine Schlafhaube auf. Er traf sie in dem bekannten Walde und redete sie an. Liebe Schlafhaube, sei nicht böse, dass ich dich immer quäle, aber in dieser Sache kann ich doch deines Rates nicht entbehren. Als er seine Bitte vorgebracht hatte, freute sich die Schlafhaube, dass der Prinz bei allen seinen Unternehmungen sie um Rat fragte. Sie sagte daher zu ihm, komm mit in das Schloss, dort werde ich dir den gewünschten Rat erteilen. Sie ging nun zu dem Baume, aus welchem durch das Antupfen mit einem Bande das Schloss hervorgezaubert wurde. Als sie in das Schloss getreten waren, sprach die Schlafhaube, jetzt in die Küche, dort steht ein großer Kessel, den fülle mit Wasser aus dem Brunnen, welcher im Hofe ist, und lass es siegen. Aber rede um keinen Preis, auch nur ein Wort, dann redest du, so sind wir beide verloren. Er ging in die Küche und holte sich den Kessel. Als er zu der Türe kam, stand ein fürchterlicher Riese bei derselben. Dieser packte ihn am Kragen und fuhr ihn mit einem Schwert gegen die Brust und rief Wer bist du? Er gab aber keine Antwort. Wer bist du? rief der Riese nochmals und fuchtelte drohend mit dem Schwerte über ihm herum. Als er das dritte Mal auch keine Antwort erhielt, schleuderte er ihn in den Hof, sodass er erschöpft vor dem Brunnen liegen blieb. Er mannte sich und wollte das Wasser aus dem Brunnen in den Kessel schöpfen. Als er aber die Hand ins Wasser tauchte, sah er sich auf einmal von einem grässlichen alten Weibe festgehalten. Diese fragte ihn, was er hier zu tun habe. Als er keine Antwort gab, drohte sie, ihn zu sich ins Wasser zu ziehen, aber vergebens, ihre Fragen blieben ohne Antwort. Als er auf die dritte Frage auch keine Antwort gab, ward er tüchtig angespritzt, konnte sich aber unbelästigt Wasser schöpfen. Er trug nun den Kessel, nachdem er ihn mit Wasser gefüllt hatte, in die Küche und ließ das Wasser sieden. Und als das Wasser brodelte, ging er zur Schlafhaupe und sagte es ihr. Diese begab sich mit ihm in die Küche und sprach, jetzt zerhackel mich in kleine Stücke und wirf diese dann in den Kessel, den du aber vor einer Stunde nicht aufmachen darfst. Nein, rief der Prinz, das tue ich nicht, eher stütze ich mich in denselben. Nach vielem Bitten gab er endlich nach und tat es. Er legte sie auf den Hackstock und zerhackte sie in kleine Stücke, die er dann alle in den Kessel warf. Und als das geschehen war, hörte er die Schlafhaube immer schreien, mach auf und lass mich heraus. Er wollte schon hingehen und hineinsehen. Allein er gedachte zuletzt des Verbotes. Nach einer Stunde vernahm er plötzlich einen fürchterlichen Knall. Das ganze Schloss erbebte und der Prinz fiel zu Boden. Aber wie groß war sein Erstaun, als sich der Deckel des Kessels hob und eine wunderschöne Prinzessin aus dem selben herausstieg. Diese sagte ihm, ich war die Schlafhaube und musste als verwunschene Prinzessin in der Gestalt von einem Riesen und einer Hexe bewacht bleiben, bis ich erlöst ward. Und das hast du getan. Das Schloss bevölkerte sich auf einmal und Diener rannten geschäftig umher. Der Wald verwandelte sich in ein großes Reich, welches das Eigentum der Prinzessin war. Der Königssohn führte dann die Prinzessin zu seinem Vater und trug auch diesmal den Sieg über seine Brüder davon. Jedem derselben aber schenkte er einen Teil seines Reiches. Er selbst heiratete die Prinzessin und lebte noch lange Jahre als mächtiger König, glücklich und zufrieden. Winterkölbel Es lebte einmal ein armer Holzhauer mit seiner Frau und seinem kleinen Töchterlein an einem großen Walde. Er wusste oft nicht, womit er den Hunger der seinigen stillen sollte und nahm sich deshalb vor, seine Tochter in den Wald zu führen und dort zu verlassen. Als er wieder einmal für sich und seine Familie nichts zu essen hatte und auch keine Arbeit bekommen konnte, nahm er das Kind mit in den Wald und verließ es auf einer schönen Waldwiese mit dem Versprechen bald wieder zu kommen. Um das Kind zu täuschen, wandte ein Stück Holz mittels eines Strickes an einen Baum, sodass der Winde es hin und her schleuderte. Das Anschlagen an den mit einer Axt Holz fällte. Das Kind wurde dadurch getäuscht, suchte Erdbeeren und spielte mit den Blumen. Nach einiger Zeit schlief es müde vom Herumlaufen ein. Als es erwachte, stand der Mond schon hoch am Himmel und der Vater kam noch immer nicht. Das Mädchen fing nun heftig zu weinen an und lief tiefer in den Wald hinein, um den Vater zu suchen. Auf einmal erblickte sie ein Feuerchen, neben welchem mehrere kleine topfwärmige Gefäße standen. Neugierig lief sie hin, legte geschäftig trockene Reise auf das erlöschende Feuer und blies aus Leibeskräften hinein, um es zu verstärken. Als sie sich umwandte, bemerkte sie ein Männlein, welches ihr wohlgefällig zulächelte. Es war ganz grau und der weiße Bart, welcher seltsam vom grauen Kittel abstach, ging ihm bis über die Brust herab. Die Kleine fürchtete sich und wollte davonlaufen, doch der Zwerg rief sie zu sich. Widerstrebend gehorchte das Kind. Der Alte streichelte ihre Backen und sprach so freundlich, dass sie alle Furcht verlor und ihm beim Kochen behilflich war. Der Graue fragte um den Namen und wer ihr Vater sei. Als sie sie mit Tränen in den Augen sagte, tröstete er sie und meinte, sie solle bei ihm bleiben und seine Tochter sein. Das Kind nahm es an und wurde von dem Alten in seine Wohnung geführt. Es war dies ein großer hohler Baum, in welchem ein Haufen Laub die Stelle des Bettes vertrat. Das Männlein richtete noch ein zweites Lager her, damit sich das ermüdete Kind zur Ruhe legen könne. Am anderen Morgen weckte der Zwerg das Mädchen und sagte, er müsse fortgehen. Sie solle unterdessen das Haus, so nannte er den Baum, in Ordnung halten, bis er wiederkomme. Er kam auch bald zurück und zeigte ihr alles, lehrte sie kochen und die anderen häuslichen Verrichtungen. So verging der Tag schnell und der Abend kam heran, ehe sie sich versahen. Sie lebten mehrere Jahre glücklich und zufrieden. Das Mädchen war herangewachsen, so dass ihren Pflegevater bald kopfhoch überragte. Da sprach der Zwerg eines Abends zu ihr, er müsse jetzt auch für ihre Zukunft sorgen. Die Königin, sagte er, welche hier in der Nähe wohnt, bedarf einer treuen Dienerin. Und ich war dort und habe dich empfohlen. Sie ist gesonnen, dich aufzunehmen. Sie solle nur fein sitzsam bleiben. Ihr Leben lang werde es ja dann nicht schlechter gehen. Und am anderen Morgen ging sie zusammen ins Schloss. Die Jungfrau wurde der Königin vorgestellt und von ihr aufgenommen. Von ihrem Pflegevater nahm sie herzlichen Abschied und er musste versprechen, sie alle Sonntage zu besuchen. Noch war sie nicht lange im Dienste, als der junge König, der mit einem anderen Krieg geführt, als Sieger heimkehrte. Der junge König fand Gefallen an dem Mädchen und begehrte sie zur Frau. Seine Mutter, welche die Jungfrau sehr gerne hatte, willigte ein. Als der Graue, wie man ihn im Schloss nannte, wieder einmal kam, um seine Tochter zu besuchen, sagte die Königin, dass ihr Sohn gesonnen sei, seine Tochter zu heiraten, dass auch dieser eingewilligt und es jetzt nur noch auf ihn ankomme, seinen Wunsch auszusprechen. Der Alte sagte mürrisch, der König wird nur dann mein Töchterlein bekommen, wenn er mir meinen Namen sagen kann. Darauf entfernte er sich und ging wieder in den Wald zurück. Er machte wie gewöhnlich sein Feuer an und kochte. Während des Kochens hüpfte er oft um das Feuer herum und sang Siede Töpfchen sieh dir, damit der König es nicht weiß, dass ich Winterkölbel heiß. Der König zerbrach sich seinen Kopf und schickte zuweilen einen Diener aus, damit er den Namen des Alten erfahre. Ein solcher Diener hörte dem Alten einmal zu und eilte freudig ins Schloss zurück, sagte den Namen und erhielt viele Goldstücke zur Belohnung. Als der Zwerg wiederkam, begrüßte ihn der König mit den Worten Willkommen Vater Winterkölbel. Dieser sah sich überlistet und gab seine Einwilligung. Die Hochzeit wurde festlich begangen und auch Winterkölbel war zugegen. Er war aber nicht dazu zu bringen in das Schloss zu ziehen und wohnte vor wie nach in seinem Baum Apfel und da bemerkte er eines Tages dass ihm eine Menge Äpfel gestohlen waren. Darum beschloss er genau Acht zu geben wer denn eigentlich der Dieb sei und befahl dem Didel Dey Nachtwache bei dem Baume zu halten. Anfangs tat Didel Dey das auch als aber der Schlaf immer mehr und mehr seine Augen zudrückte da legte er sich ins Gras und fing bald recht laut zu schneichen an. Auf einmal hörte er ein Geräusch er blickte um sich und sah von weitem einen kleinweißen Mann wie er eben in dem nahgelegenen Bache verschwand. Zu seinem Staunen aber bemerkte er dass abermals eine Menge Äpfel fehlten. Traurig ging er nach Hause und erzählte dies seinem Vater. Du Siebenschläfer sagte dieser Ich will dir die Augen aufmachen und steckte dem Didel Dei eine Ohrfeige. Darauf befahl er dem Didel Dob die nächste Nacht den Apfelbaum zu hüten. Das tat er, aber auch er schlief neben dem Baume ein und es begegnete ihm dasselbe wie seinem Bruder. Auch er sah den kleinen weißen Mann. Er rieb sich die Augen und glaubte nicht recht gesehen zu haben, als er aber den Apfelbaum beinahe leer sah, ging er missvergnügt zu seinem Vater und erzählte es ihm. Sagte dieser, du hast gewiss die ganze Nacht hindurch kein Auge aufgemacht, dann hättest du nicht geschlafen, so würdest du den Dieb schon erwischt haben. Deine Nachlässigkeit aber soll nicht ungestraft bleiben, sagte er, nahm mein Hasslinge hervor und zog ihm tüchtig das Lederzeug an. Er hat Futter, der Hocker will ja auch einen Stil finden, rief Hondidl Do, dessen größtes Glück seine Fiedel war. Heint gehe ich aussie ein Wort, bis der Dieb kommt. Richtig, unser Hondidl Do geht hinaus, setzt sich auf den Apfelbaum, nimmt seine Fiedel und fängt ganz gemütlich zu spielen an. Auf einmal sah unter dem Baume ein kleines weißes Männchen herumspringen. Das ist ja der leibhaftige Tod am Mund, denkt sich der Hondidl Do. Watt, wann du da derb bist, der werd dich Ordner kriegen. Er hört auf zu Fiedeln und will den Baum hinunter steigen. Er schrak aber nicht wenig, als er sah, dass das Männchen immer größer und größer wurde. Unser Hondidl Do aber hatte sich bald von seinem Schreck erholt, nahm seine Fiedel wieder lustig zur Hand und fing abermals zu spielen an. Und wie er so fiedelte, ward der weiße Mann immer kleiner und kleiner und begann voll Freude zu tanzen. Endlich wurde Hondidl Do müde. Er hörte auf zu spielen und legte seine Fiedel beiseite. Sogleich ward auch das Männchen wieder größer, bis es beinahe schon über den Baum hinausragte. siehst siehst sagte er zum Hondidl Do, wenn du willst, so kannst dir mit deiner Fiedel viel Geld verdienen. Bei sowas, sagte dieser, bin ich allerweil dabei. Nun, dann geh mit mir, sagte der Mann. Recht gern, antwortete Hondidl Do, aber gleich kann es nicht sein, weil ich auf den Apfeldieb warten muss. Mach dir keine Sorgen, erwiderte der Mann. Die Äpfel sollen dir alle bleiben und auch die Gestohlenen sollst du wieder erhalten. Auch recht, dachte Hondidl Do und ging mit. Er stieg den Baum herab, nahm seine Fiedel und wollte dem Manne folgen. Das war diese meine gemähte Wiesen, denn kaum hatte Hondidl Do den Baum verlassen, so waren auch alle Äpfel verschwunden. Hondidl Do stand ganz verwundert neben dem Baum und ärgerte sich, dass trotz seiner Wachsamkeit doch die Äpfel weggekommen seien. Der Morgen brach an, der Hahn hatte bereits zum ersten Male gekräht und Hondidl Do wusste nicht, was er beginnen sollte, denn der weiße Mann war verschwunden und hatte Hondidl Do in der größten Not zurückgelassen. Nach Hause getraute er sich nicht, da wusste, es würde ihm schlimmer gehen, wenn der Vater sähe, dass nun die Äpfel gänzlich gestohlen seien. »Mir «, denkt er sich »mein Fiedl ist ja noch was wert, gehst in die Welt und willst den Glück probieren und wann der Apfel die beim Malung da gibt, soll er gewiss mehr als hoherlassen müssen. Gesagt getan. Hondidl Do machte sich auf den Weg. Seine Fiedl unter dem Arme ging er lange Zeit fort, bis er in einen großen Wald kam. Es wurde schon Nacht und Hondidl Do wusste nicht wo ein und aus, denn er hatte sich im Walde verirrt. Als er so ging, fiel ihm ein, dass er seine Fiedl noch habe. Schnell nahm er sie hervor und fing zu spielen an. Da bemerkte er von weitem ein Lichtlein, das immer näher kam. Und auf einmal stand ein goldenes Rösschen vor ihm. Du kommst mal gerade recht, denkt sich da der Hondidl Do und schnell schwingte sich auf das Pferd, das nun im Galopp davon eilte. Vor einem kleinen Häuschen mitten im Walde hielt es still. Hondidl Do stieg ab und ging mit seiner Fiedl in das Häuschen. Da gewahrte er zu seinem Erstaunen eine Menge kleiner Männlein, welche lustig im Kreise herumtanzten, während einige dazu spielten und wieder andere an einer großen Tafel mit Speise und Trank sich labten. Die Männchen schienen auf ihn gewartet zu haben, denn kaum war eingetreten, als zu setzen und an ihren Lustbarkeiten teilzunehmen. Hondidl Do hatte großen Hunger, er setzte sich daher gleich zur vollen Schüssel und fing an tüchtig einzuhauen. Während dem hatten einige der Männchen seine Fiedel ergriffen und da sie ihnen gar so gut gefiel, wollten sie mit unserem Hondidl Do einen Tausch machen und versprachen ihm eine andere Fiedel ganz von Gold. Hondidl Do warst zufrieden, nahm die eingetauschte Fiedel und begann gleich darauf zu spielen. Gleichzeitig bewegten sich auch die Männchen wieder und fingen lustig zu tanzen und zu springen an. So ging dies lange Zeit fort, bis endlich Hondidl Do müde geworden war und wieder fortgehen wollte, denn er sagte, er müsse den Apfeldieb suchen. Man wollte ihn aber nicht gehen lassen und die kleinen Männchen versprachen ihm eine Menge anderer Äpfel, die er als dann nach Hause tragen könne. Hondidl Do war damit einverstanden und fiedelte noch eine Weile fort. Als er fertig war, gaben ihm die Männchen einen Sack voll Äpfel, Schinken, Backwerk und anderem mit auf den Weg. Vor dem Hause fand er wieder das goldene Rösschen. Hondidl Do schwang sich auf dasselbe und fort ging es bis zum Apfelbaume. Hier angelangt Sticke ab, das Rösschen verschwand und Hondidl Do ging mit seiner Fiedel und mit seinem Sack schnell in das Haus zu seinen Brüdern. Diese sahen ihn ganz verwundert an, denn sie kannten ihn nicht mehr. Erst als Hondidl Do ihnen alles erzählte, erinnerten sie sich seiner. Er sagte ihnen auch, dass er die Äpfel alle im Sack habe und noch obendrein eine goldene Fiedel mitbringe, die sie am nächsten Morgen sehen sollten. Des anderen Tages stand Hondidl Do schon sehr früh auf und wollte seine Fiedel nehmen, die er tags vorher an die Wand gehängt hatte. Er staunte nicht wenig, als statt derselben eine Rosshaxen an dem Nagel hing. Als nur noch der Vater und die Brüder herzukamen, wurde der Sack geöffnet. Zum Schrecken aller aber fielen aus diesem keine Äpfel, viel weniger Schinken und Backwerk, sondern lauter Kröten und Eidechsen kamen heraus aus dem Sack Hondidl Do sah nun ein, dass er nicht nur um die Äpfel, sondern auch um seine Fiedel auf eine schändliche Weise war betrogen worden. Aus Gram über diesen Verlust starb er bald, denn ohne Fiedel wollte er nicht leben. Der schwarze Vogel Ein Mann hatte zwölf Söhne und eine sehr schöne Tochter. Diese war das Herzwinkel ihrer Mutter, während die Söhne sehr streng von ihr behandelt wurden. Deshalb beschlossen die Söhne ihre Eltern zu verlassen und in der Fremde ihr Glück zu suchen. Sie wussten, dass ihr Vater sie nicht fortlassen würde und hielten daher ihren Plan geheim. Sie sparten einiges Reisegeld und warteten nur auf eine schickliche Gelegenheit, um aus dem elterlichen Hause zu entfliehen. Eines Tages besuchten die Eltern mit der Schwester einen Jahrmarkt, von dem sie erst nach zwei Tagen zurückkehren konnten. Kaum hatten die zwölf Brüder dieses erfahren, so rafften sie ihre Habseligkeiten zusammen und wenige Stunden nach Abreise ihrer Eltern kehrten auch sie dem väterlichen Hause den Rücken. Sie setzten ihre Reise bis spät in die Nacht fort und waren schon eine ziemliche Strecke gegangen, als es ihnen an Lebensmitteln mangelte. Sie sahen umher, allein nirgends gewahrten sie eine gastfreundliche Hütte. Immer schneller eilten sie jetzt weiter und kamen an einen Wald, durch den nur ein sehr schmaler Weg führte. Der Hunger trieb ihre Füße an und sie gelangten nach einer halben Stunde an das Ende des Waldes. Hier blickten sie eine kleine Hütte. Fröhlich eilten sie auf dieselbe zu und klopften an die verschlossene Tür, doch nichts regte sich. Sie klopften immer stärker und stärker und endlich wich die Tür ihrer Gewalt. Sie traten in das Innere des Häuschens und fanden auch hier nichts, was darauf schließen ließ, dass und Spinnen hatten mit ihren Netzen die Wände überzogen. Sie machten eine zweite Tür auf, welche sie in ein geräumiges Gemach führte, das allen Anzeichen nach als Wohnzimmer gedient haben mochte. Aus dieser Stube führte eine andere Tür in ein kleines Gemach und als sie dieses betraten, sahen sie einen Greis, der auf einem Stuhl saß und mit dem Kopf auf dem Tisch ruhte. Die Brüder glaubten, es sei der Hausherr. Sie wollten sich aus Ehrfurcht vor seinem grauen Haupte zurückziehen. Als aber der Jüngste an den Stuhl stieß, auf dem der vermeintliche Hausherr saß, zerfiel dieser in Staub. Vor Schrecken sanken die zwölf Brüder zu Boden und es bedurfte geraume Zeit, ehe sie sich wieder erholten. Hierauf machten sie ein Grab und begruben die Asche des Greises. Da keine anderen Erben da waren, so nahmen sie das Haus in Besitz und reinigten es sorgfältig. Sie durchsuchten es dann näher und fanden noch manches, was die Zeit nicht verwüstet hatte und das ihnen gute Dienste leistete. In dem Tische, auf welchem der Greis geruht hatte, fanden sie einige Geldrollen, womit sie sich längere Zeit Lebensmittel kaufen konnten. Einige Tage später sahen sie sich in der Gegend um und entdeckten eine Stunde von ihrer Wohnung entfernt ein Bergwerk, in dem man Arbeiter brauchte. Die Brüder wurden einig, dass immer elf von ihnen hier arbeiten sollten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, während der Zwölfte für die übrigen kochen und die anderen häuslichen Arbeiten verrichten sollte. So war ein Jahr verflossen, als es ihrer Schwester zu Hause auch nicht mehr gefiel, denn was früher die Brüder von ihrer Mutter zu ertragen hatten, musste jetzt die Schwester vom Vater erdulden. Sie wurde von diesem wie die gemeinste Magd behandelt, weil er glaubte, sie habe um das Vorhaben ihrer Brüder gewusst. Sie beschloss daher, ihre geliebten Brüder aufzusuchen und bat Gott Tag und Nacht, er möge ihr den Weg zeigen, der zu ihren Brüdern führe. Eines Tages schickte sie ihr Vater in eine vier Stunden entfernte Stadt. Sie nahm heimlich ihre Sachen mit und kehrte nicht mehr zurück. Auf Gott vertrauend ließ sie jene Stadt seitwärts liegen und ging weiter, ohne zu wissen, wohin sie ihre Schritte wenden sollte. Fragte sie jemand, der begegnete, wohin sie gehe, so antwortete sie, zu meinen Brüdern. Sonst erfuhr man von ihr nichts und man glaubte, sie sei nicht recht bei Sinn. Schon hatte sie einen vollen Tag nichts gegessen und nichts getrunken, als sie bei einer Hütte ankam. Hungernd und dürstend klopfte sie an die Tür des einzeln stehenden und das war die Hütte ihrer Brüder. Kaum hatte der älteste Bruder, welcher heute die häuslichen Arbeiten verrichtete, das schüchterne Klopfen gehört, als auch schon hinaus eilte. Die Schwester bat mit niedergeschlagenen Augen um einen Trunk Wasser und um ein Stückchen Brot. Der Bruder aber ließ sie nicht ausreden, sondern schloss sie vor Freude weinend in seine Arme. Erst in ihre Augen und erkannte ihren Bruder. Dieser führte sie in das Haus und gab ihr zu essen und zu trinken. Sie hatten sich so viel zu erzählen, dass die Stunde der Heimkehr der übrigen Brüder unbemerkt heranrückte. Sie kamen und staunten, als sie durch das Fenster ihren Bruder mit einem Mädchen erblickten. Doch als sie in die Stube traten und die Schwester erkannten, ging das Staunen in Freude über. Sie begrüßten einander und erzählten, was sie erlebt hatten. Am anderen Morgen gingen auf Bitten der Schwester alle zwölf an die Arbeit. Sie blieb zu Hause und besorgte die Wirtschaft. Die Sonne war bereits untergegangen. Da eröffnete sie das Fenster, um die Brüder schon aus der Ferne kommen zu sehen, damit sie ihn könne entgegen Als sie am Fenster saß, kam ein kleiner schwarzer Vogel dahergeflogen, der sich auf ihre rechte Hand setzte und ihr einige Tropfen Blutes aussog. Das Mädchen freute sich über den zahmen Vogel und wollte ihn fangen. Allein er flog davon. Bald darauf kamen ihre Brüder, welches jedoch nichts von dem Vogel sagte. So oft sie nach diesem Tage das Fenster öffnete, kam der Vogel und zog ihr eine immer größere Menge Blutes aus der Hand. Doch so oft sie die Hand nach ihm ausstreckte, da flog er davon. Der große Blutverlust wirkte sich nachteilig auf sie ein, sie wurde immer matter und matter, verlor die gesunde Gesichts gesunde gesunde das Feuer des Auges. Dies konnte ihren Brüdern unmöglich lange verborgen bleiben. Sie fragten ihre Schwester mitleidig um die Ursache dieser Veränderung und sie erzählte ihnen nun die Geschichte mit dem Vogel. Die Brüder nahmen sich vor, den Vogel zu töten und richteten Fallen auf. Am folgenden Tage musste einer der Brüder zu Hause bleiben. Der Vogel erschien am Fenster und fing sich in der Falle. Kaum war der kleine Näscher gefangen, so tötete ihn der Bruder und vergrub ihn im Garten. Nach einiger Zeit wuchs auf dem Grabe des Vogels ein Apfelbaum, welcher bald zwölf sehr schöne Äpfel trug. Um den Brüdern eine Freude zu machen, pflückte die Schwester dieselben und setzte sie ihnen vor. Die Brüder, welche schon seit der Entfernung aus dem elterlichen Hause keine Äpfel gegessen hatten, griffen freudig nach den schönen Früchten und aßen sie. Doch als sie dieselben genossen hatten, schrumpften ihre Glieder zusammen und sie wurden in solche Vögel verwandelt, wie der war, welcher unter dem Apfelbaume begraben lag. Das Fenster, bei dem der schwarze Vogel gefangen worden war, stand offen und sie flogen durch dasselbe ins Freie. Von der Zeit an saß die Schwester tagelang weint am offenen Fenster, in dem sie sich als die Urheberin dieses Unglückes anklagte. Da flogen die zwölf schwarzen Vögel herbei und einer sprach, du kannst uns erlösen, wenn du von heute an durch zwei Jahre kein Wort über deine Lippen bringst. Sie versprach es zu tun und unter einem wehmütigen Gesange erhoben sich die Brüder in die Luft, gleichsam als wollten sie damit ihrer Schwester das Liebe wohl sagen. Die Schwester verließ nun das Haus, in welchem sie mit ihren Brüdern so viele glückliche Tage verlebt hatte. An einem heißen Juni-Tage kam sie in eine Wüste Gegend. Furchtbar quälte sie der Durst und nirgend war eine frische Quelle, nirgend eine gastliche Hütte, nirgend einen Baum oder Strauch zu sehen. Er mattet sank sie auf die Erde und blieb bewusstlos liegen. Wie sie wieder die Augen aufschlug, sah sie einen stattlichen jungen vornehmen Mann und einen bedingten beschäftigt, sie wieder ins Leben zurück zu rufen. Und als sie die führte man von Fremden einen Freudenruf. In Eile wurde im Wagen ein Lagerplatz für die Kranke bereitet und man fuhr sorgfältig in die nächste Stadt. Hier erholte sich das Mädchen bald wieder und der Vornehme, der ein Graf war, wich nicht mehr von ihrer Seite. Auf alle Fragen des Grafen hatte das Mädchen nur mit Zeichen geantwortet, getreu dem Versprechen, welches sie ihren Brüdern gegeben hatte. Daher glaubte der Graf, sie sei stumm. Dennoch gewann er sie lieb und vermählte sich mit ihr. Bald hatte sich die stumme Gräfin, wie man sie nannte, die Liebe aller Untergebenen erworben, denn kein Bittender ging unbeschenkt von dann. Aber die Liebe ihrer Schwiegermutter, die konnte sie nicht erwerben, ungeachtet, dass sie diese alles tat, was sie ihr nur Gutes und Liebes erweisen konnte. Die Mutter des Grafen war eine stolze Frau und konnte es ihrem Sohne nie vergeben, dass er sich, wie sie sagte, eine auf der Straße gefundene Betteldirne zur Gemahlin erwählt habe. Überall, wo sie Verachtung gegen des Grafen Gemahlin zeigen konnte, tat sie es mit sichtbarer Freude. Achtzehn Monate war sie verehelicht, da brach ein Krieg aus und der Graf musste seinem Könige zu Hilfe ziehen. Hart war der Abschied für den Grafen, aber härter noch war für die Gräfin, welche ihrem Gatten nicht einmal ein lautes Lebewohl sagen durfte, weil sie ihre Brüder erlösen wollte. Zwei Monate nach diesem traurigen Abschied gebar die Gräfin zwei sehr schöne Knaben. Ihre Mutter legte nun ihren Hass gegen die Gräfin auf eine entsetzliche Weise an den Tag. Sie gewann durch Schmeicheln und Geld ein Freund des Grafen für sich. Sie beredete ihn, er möchte dem Grafen schreiben, seine Gemahlin habe ihm zwei Hunde geboren. Und das geschah. Die Grafenmutter übergab den Brief einem ihrer ergebenen Boten, welcher dem Grafen dasselbe aussagte, was im Briefe stand. Der jähzornige Graf gab sogleich den Befehl, dass die Gräfin sterben müsse. Und mit diesem Todesurteile eilte der Bote schnell zurück. Als er auf der Burg anlangte, erwartete ihn schon die Schwiegermutter der Gräfin und lass freudig das Urteil. Sie selbst überbrachte es der Schwiegertochter, die den Brief ruhig und gefasst durchlas. Zum Vollstrecker des Urteils ward der Bote ernannt. Dieser führte die Gräfin des Nachts in einen Wald und schon zuckte er das Messer auf das Opfer des Hasses, als plötzlich mehrere Stimmen über ihm riefen »Halt ein!« Erschrocken ließ er das Messer fallen und wandte sich um, aber er sah niemanden, niemanden als zwölf Vögel, welche auf ihn zugeflogen kam. Sie ließen sich vor ihm auf die Erde nieder und verwandelten sich zum Schrecken des Mörders in zwölf Jünglinge. So hatte die Schwester ihre Brüder erlöst, denn eben waren es zwei Jahre seit ihrer Verwandlung und ihr Schwester hatte selbst in der Todesgefahr kein Wort gesprochen. Dafür ward sie nun auch von ihren Brüdern gerettet. Diese nahmen den Boten gefangen und führten ihn in das Schloss zurück. Der Graf war soeben angekommen, denn die Vögel hatten ihn von der Unschuld der Gräfin unterrichtet. Er eilte auf sie zu und bat sie um Verzeihung und statt aller Antwort schloss sie ihn in ihre Arme. Nun wurden der gedingte Bote und die Grafenmutter von dem Grafen zum Tode verurteilt und konnten selbst durch die Bitten der Gräfin nicht gerettet werden, denn der Graf blieb unerbittlich. Der Freund des Grafen kam mit einer Gefängnisstrafe davon. Die Brüder aber blieben bei ihrem Schwager. Die drei Wunderfische Ein Fischer, welcher schon viele Tage durch nichts gefangen hatte, machte sich abermals zum See auf, um die Netze auszuwerfen. Er hatte zwar wenig Hoffnung, allein musste er es versuchen, denn Weib und Kinder schrien nach Brot. Der Fischer warf das Netz ins Wasser und als er dasselbe herauszog, lag ein Stein darin. Zum zweiten Mal zog der Fischer einen erseuften Eber hervor. Dann warf er das dritte Mal das Netz hinein und als er dasselbe herauszog, siehe, da lag in dem Netze ein kleines Kästchen. Der Fischer nahm das Kästchen heraus und öffnete es. Aber wie erschrak er, als aus dem Kästchen ein Riese herausstieg und zum Fischer sprach, dafür, dass du mich ans Tageslicht gebracht hast, empfange deinen Lohn. Ich befehle dir, jetzt selbst in das Kästchen zu steigen, wenn nicht, so bist du des Todes. Der Fischer jammerte und sprach, aber wie soll ich denn in diesem kleinen Kästchen Platz finden? Der Riese wollte dem Fischer zeigen, dass darin genug Raum sei und stieg wieder in das Kästchen. Und kaum war der Riese drin, so schloss der Fischer schnell das Kästchen und wollte es in den See werfen. Der Riese bat, er solle dieses nicht früher tun, als bis er ihm ein Geheimnis anvertraut habe. Der Fischer gewährte ihm diese Bitte und der Riese sprach, ich bin der Geist des Sohnes deines Königs. Mein Vater warf mich in diesen See, weil ich ein großer Sünder gewesen. Ich hatte nämlich den Menschen nur immer Böses zugefügt, ja viele Rechtschaffene ermordet. Ich sollte nur dann Ruhe finden, nach dem Ausspruche meines Vaters, wenn ich gegen jenen, welcher mich auffindet, mich wohltätig erweise, und das will ich denn tun. Höre, nicht weit von hier findest du einen Teich, in diesen wirft ein Netz und du wirst jeden Tag einen Fisch fangen. Diesen trage dann an den königlichen Hof und du bekommst für jeden solchen Fisch einen Dukaten. Wie der Geist gesagt, so ist es auch alles geschehen. Der Fischer fand wirklich den Teich, warf sein Netz ins Wasser und fing einen wunderschönen Fisch. Diesen trug er in das Schloss des Königs. Als die Köchin den prächtigen Fischer blickte, gefiel er ihr sehr und sie gab dem Fischer den verlangten Dukaten für denselben und glaubte dem König heute etwas Besonderes vorzusetzen. Die Köchin legte den Fisch in die Pfanne und wollte ihn backen. Aber kaum war über dem Feuer, so sprach er, »Solange ihr Gutes tut, so lang wird es euch gut gehen, so bald ihr aber Böses tut, wird's euch schlimm gehen.« Und hierauf flog er durch den Rauchfang fort. Als am zweiten Tage der Fischer mit einem ebenso schönen Fische kam, kaufte die Köchin abermals den Fisch, aber es ereignete sich dasselbe wie mit dem ersten Fische. Dieses wurde dem Könige hinterbracht und am dritten Tage war er selbst bei der Bereitung des Fisches zugegen und es geschah dasselbe. Der König ließ den Fischer holen. Als dieser kam, erzählte er alles von Anfang bis zu Ende, was er von dem Geiste wusste. Der König hatte eine große Freude daran, dass sein Sohn sich gebessert und den Fischer nahm er mit seiner ganzen Filiens schloss und ließ es ihnen an nichts fehlen. Das waren unsere heutigen Märchen von Theodor van Naleken. Wenn sie dir gefallen haben, lass mir gerne ein Abo, ein Daumen hoch oder ein Kommentar da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut. Das ist ein dünner nicht oder auf schlaf habe. Es was mit war, ist ein was jemand das ist das war. Vielen Dank.